Es geht bei vielen unserer Stücke um dieses Verschwinden des Ichs, um die Auslöschung des Ichs, um so eine, das ist eine Utopie oder eine Vision oder ein Traum, dass man vielleicht eben nicht mehr dieses Ich ist, sondern gar nichts mehr oder aufgelöst im Nichts oder so. Und das finde ich interessanter als dieses Permanente, diese Selbstvergewisserung, wer bin ich, bin ich auch wirklich ich, bin ich richtig so wie ich bin und so weiter und so fort. Das sind für mich fruchtlose Beschäftigungen. Weil die sich so um die eigene Achse die ganze Zeit treten. Ja, genau. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunkanbieter, der radikal unspektakulär ist. Bei Frank ist die Devise, dass richtig gute Mobilfunk ohne Schnickschnack funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif und zwar im besten D-Netz und funktioniert auch mit Esel. Mit dem Code HotelMatze1, 1 als Zahl geschrieben, bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt insgesamt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Ihr zahlt per Paypal 10 Euro im Monat und habt keine Vertragslaufzeit. Ganz, ganz einfach. Meine Kollegin Maxi hat mir gerade gesagt, als ich hier sagte, dass Frank hier Supporter ist, dass sie eine ganz begeisterte Nutzerin von Frank ist. Schon mehrere Monate und eben begeistert ist, wie einfach das alles funktioniert. Und wenn ihr Frank an vier Euro Freundinnen weiterempfiehlt, können die dafür sorgen, dass ihr sogar 10 Gigabyte Datenvolumen zum selben Preis bekommt. Wie genau das geht, lest ihr unter dem Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Frank für den Support. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Dirk von Lotso. Dirk von Lotso ist Sänger und Gitarrist der Band Tokotronic. Er ist 1971 in Offenburg geboren und gründete 1993 in Hamburg gemeinsam mit Arne Zank und Jan Müller Tokotronic. Seit 1995 sind zwölf Alben erschienen. Im Januar 2022 erscheint das nichts und das nennt sich nie wieder Krieg. Wer hier häufiger zuhört wird, bemerkt haben, dass Tokotronic einen großen Einfluss auf mein Leben hat. Ich habe sie mit ihrem ersten Album Digitales besser entdeckt und habe mich in meinem kleinen Heimatdorf Gröden verstanden und nicht mehr allein gefühlt. Nach ihrem Vorbild habe ich angefangen, Trainingsherren und Kurthosen zu tragen und eine eigene Band zu gründen. Das war dann, wie Gina jetzt über die T.S. Ullmann dann mal geschrieben hat. Das haben Tokotronic im Osten angerichtet. Herzlichen Grüße an dieser Stelle. Ich habe Dirk schon unzählige Male auf der Bühne gesehen und seine Stimme natürlich gehört. Im Hotel sind wir uns allerdings das erste Mal begegnet. Und weil es manchmal so scheint, als wäre die Band und ganz besonders er nicht von dieser Welt, wollte ich wissen, wie das Weltgeschehen Einfluss auf ihn nimmt. Wir sprechen über seinen Einfluss. Wie ist es, wenn man im eigenen Kinderzimmer davon träumt, Musiker zu werden und dann eines Tages auf der Bühne steht und vor einem sehen alle aus wie man selbst. Denn so war das damals auf den ersten Tokotronic Konzerten. Alle sahen gleich aus. Alle haben Trainingsjagen und schiefe Frisuren getragen und alle fühlten sich zusammen allein. Wir sprechen über seinen kreativen Prozess, über Selbstdarstellung, Selbstauflösung und seine Sonderstellung in der Band. Es geht um das Berühren durch Kunst, selbstberührt werden, um Männlichkeit, Bürgerlichkeit und ganz, ganz viel mehr. Für mich war das ein sehr, sehr besonderer Moment hier im Hotel Matze. Ich hoffe, man hört mein Fantum nicht so sehr raus. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Dirk von Lotso. Dirk von Lotso ist da. Ja. Und wie klingt der? Der klingt so und wird auch immer so klingen, hoffentlich. Wenn er nicht noch mehr qualmt. Du kannst auch auch nicht, wenn du möchtest. Nein, nein, das muss das sein. Das geht schon. Wie geht es dir denn? Danke, mir geht es ganz gut. Mir geht es ganz gut. Ich habe gut geschlafen und bin heute Morgen ganz, ganz gut aufgewacht und rausgekommen. Wann hast du dich zuletzt um den Zustand der Welt gesorgt? Das mache ich jeden Tag, 24 Stunden oder versuche es zu verdrängen. Denn man sollte den Mechanismus der Verdrängung nicht unterschätzen. Denn wenn es den nicht gäbe, dann könnte man ja überhaupt kein Leben führen vor lauter Sorge. Und beeinflusst das aber dein Leben, also das Weltgeschehen? Mein alltägliches Leben beeinflusst das nicht. Nein, glücklicherweise nicht. Und dein Handeln? Mein Handeln beeinflusst das? Ja, würde ich schon sagen, dass es das beeinflusst in gewisser Hinsicht. Und inwiefern? Naja, ich habe mich schon immer für politische Vorgänge, gesellschaftliche Vorgänge und ähnliches interessiert. Auch für Theorien. Und natürlich gibt es immer eine Übertragung von der Theorie in die Praxis. Beispielsweise, wenn man sich für feministische Theorien interessiert, dann hat das eine Auswirkung auf das Handeln oder auf die eigene Kunst zum Beispiel. Kannst du mir ein Beispiel? Naja, also mir war zum Beispiel sehr früh schon klar, Mitte der 90er, als ich angefangen habe, Klassiker oder zu dem Zeitpunkt gerade in Deutschland erscheinende feministische Theorien zu lesen, dass ich Frauen in meinen Songs, den Songs, die ich schreibe oder den Songs von Tocotronic nicht objektifizieren möchte. Also von uns gibt es kein Lied, wo eine Frau angesungen wird in dem Sinne von, ach du bist so schön oder du bist so toll oder so. Was ja doch einen sehr großen Anteil der Popmusik ausmacht. Man könnte jetzt ein bisschen polemisch sagen, die ganze Popmusik ist eigentlich ein einziges MeToo, wenn man solche strengen Kriterien an der Kunst anlegen möchte. Und das gibt es bei uns nicht. Und das ist schon zum Beispiel eine bewusste Entscheidung, weil ich das immer ein bisschen eklig fand. Oder dass man sagt, alle angesungenen Personen, also wenn ein Du vorkommt, sind nicht geschlechtlich spezifiziert. Also das könnte ein Mann oder eine Frau sein. Das gibt keine, es werden keine Geschlechtsmerkmale genannt in dem Sinne. Also das ist offen für jede Interpretation. Wenn es ein Liebeslied ist, könnte es ein schwules Liebeslied sein oder es könnte ein heterosexuelles Liebeslied sein oder was auch immer. Und das sind schon Entscheidungen, die man trifft, die sozusagen von einem theoretischen Überbau mindestens beeinflusst sind. Und das ist schon so lange, dass du dir das ziemlich am Anfang eurer Karriere überlegt hast und gesagt hast, so machen wir das. Also das ist schon fast schon festgeschrieben. Ja, also es gibt ein Stück von uns auf der ersten Platte, das heißt wir sind hier nicht in Seattle, da gibt es so Zeilen, wo eine Frau als Frau besungen wird. Sie hat zwei Augen, sie hat zwei Beine und so weiter. Und das finde ich doof. Und das fand ich auch schon kurz danach doof. Und seitdem gibt es das nicht mehr, weil die Zeit Mitte der 90er Jahre, die Zeit war, als feministische Theorien, Queer Theory und ähnliches so nach Deutschland schwappte. Und da das erste Mal übersetzt wurde, das war auch die Zeit, als Riot-Girl-Bands groß waren und so und als das so zusammen kam, die Theorie und so die musikalische Praxis und auch eine Art von punkigem Widerstand oder so. Und das, vielleicht ist es jetzt ein blödes Beispiel, wie das Weltgeschehen das Handeln beeinflusst, aber das war was, woran ich mich erinnere und wo gewisse Theorien auf die künstlerische Praxis eine Auswirkung haben, wo man sagt, das möchte ich nicht. Das ist mir irgendwie, also diese Art von Objektifizierung oder dieses Ansingen oder Anschmachten oder so, was ja immer ein bisschen schleimig und aber eben gleichzeitig auch verachtend ist. Ich höre euch schon so lange und das ist mir noch nie aufgefallen. Also sowas auch irgendwie entweder für euch und gegen mich spricht, aber ich weiß es nicht genau. Also so, aber eigentlich ist es ja gut, wenn man Musik so hören kann oder Kunst so konsumieren, jetzt sage ich, das ist ein komisches Wort dafür, aber ohne, dass man so denkt, ah, hier sind so ganz viele Schablonen schon drauf. Ja, natürlich, also ich meine, das ist ganz, ganz wichtig, dass man unbedingt und immer anti-autoritär bleibt und man möchte ja nicht sozusagen, also man möchte keine Betriebsanleitung mit liefern oder sagen, wenn du das hörst, dann achte bitte darauf, dass das ist, so ist das zu verstehen und sowas. Aber es ist ein Beispiel dafür, dass es, es gibt es schlicht nicht und bei uns und mir als Songwriter war das immer wichtig und dann gibt es natürlich weitere Beispiele, die wir alle kennen. Man versucht nicht das und das zu kaufen oder man versucht nicht das oder man versucht dieses und jenes zu vermeiden und so weiter. Also, wobei das natürlich auch oft nach einem Lustprinzip funktioniert, ja, etwas zu kaufen oder etwas, also auch, also ich habe so das Gefühl, dass es immer mehr um eine Zweckmäßigkeit geht. Wenn wir uns einen Kaffee kaufen, dann muss das aber auch, also einerseits wollen wir einen Kaffee trinken, aber gleichzeitig muss es auch den Zweck erfüllen, dass der Bäch auf keinen Fall irgendwie umweltschädigend sein soll, alle sollen richtig dran verdient haben und so weiter. Ja, man kriegt sofort auch natürlich ein schlechtes Gewissen, wenn dem nicht so ist. Naja, es ist so ein bisschen Perversion, du möchtest den Kaffee, aber nicht den Kaffee. Genau. Sozusagen. Und das ist, das schafft so ein Paradox, das schafft paradoxe Situationen oder so. Aber es gibt natürlich auch Entscheidungen, die wirklich mit Askese zu tun haben oder so. Also ich, zum Beispiel, weil du sowas fragst, das wäre mir normalerweise zu bewahrt, das mitzuteilen, aber ich bin jetzt seit, wie lange, ungefähr 35 Jahren Vegetarier. Das habe ich mit 16, 17 entschieden, aus so einer Hardcore-Punk-Ideologie heraus, das war damals modern, das muss man den jüngeren HörerInnen sagen, Straight Edge und Veganismus und Vegetarismus in der Hardcore-Punk-Szene, mit der ich so aufgewachsen bin und wo ich die maßgeblichen Fan-Zenes gelesen habe und in meinen Kleinstadt Elternhaus-Briefkasten geschickt bekommen habe. Und dann habe ich eben entschieden, ich esse kein Fleisch mehr und das ziehe ich bis heute durch und das hat natürlich damals ganz andere Gründe gehabt. Das war eigentlich eine ethische Entscheidung, dem Tierwohl zuliebe und heute zum Beispiel wäre das eher eine Entscheidung, die man zugunsten der Klimagerechtigkeit vollzieht. Genau. Ich durfte das neue Album schon hören, was erst im Januar rauskommt. Das heißt, es ist noch ein ganzes bisschen hin und es gibt da eine Zeile, die heißt, die Welt ändert sich ohne mich. Hattest du irgendwann das Gefühl, dass du die Welt verändern könntest? Nein. Nie. Also ich glaube, dass Kunst, Literatur, Filme, Musik, Popsongs, was auch immer, können in einem ganz kleinen Maß weltverändernd sein, indem sie in jedes Bewusstsein der Hörerinnen und Hörer vordringen und vielleicht dort was verändern. Also man kennt das, man sieht was, man liest was, man liest ein Buch über jemanden, der vielleicht eine Behinderung hat und darüber und über die Komplikationen, die das mit sich bringt in seinem Alltag schildert und man kriegt plötzlich einen ganz neuen Blick auf die Welt. Ach so, ja klar, daran habe ich noch nie gedacht, wie schwierig es sein kann, eine U-Bahn-Station anzusteuern, wenn man im Rollstuhl zum Beispiel. Ja, genau. Und das verändert natürlich die Welt ein bisschen für einen selber, weil man sie dann beginnt anders wahrzunehmen. Also das glaube ich schon, dass das Kunst kann, aber sagen wir mal im großen Maßstab nicht. Und die Zeile, die du angesprochen hast, drückt eigentlich eine Sehnsucht nach dem Verschwinden aus. Das gibt es bei uns sehr oft in unseren Songs. Es gibt so fast eine ritualisierte Beschwörung der Selbstauflösung als das höchste Ziel. Verschwinden, auflösen, all solche Worte, das kommt sehr, sehr häufig bei uns vor. Woher das kommt, weiß ich nicht. Das muss irgendwie tief im Unterbewusstsein sich so abgelagert haben und dann so im Prozess des Songschreibens kommt das vielleicht so nach oben. Aber es gibt diese Sehnsucht nach dem Verschwinden und nach dem Vergessen und nach dem Vergessenwerden und nach dem, da ist dann nichts mehr. Und mich befriedigt das sehr. Ist das ein Wunsch oder als was würdest du das bezeichnen? Ich finde es einfach interessant. Ich finde es interessant als künstlerische Äußerung. Also das Gegenteil von Selbstüberhöhung, wo man sagt, The Champions zum Beispiel oder so. Ist ja nicht ganz unbekanntes Beispiel. Und dass man sagt, das Gegenteil davon wäre irgendwie, wir sind nur Staub oder Luft oder wir sind gar nichts. Man löst sich auf. Und wenn man nicht mehr da ist, dann wird man garantiert nicht in die Geschichte eingehen. Und was machst du mit dem Fakt, dass du ganz viele Menschen berührt und beeinflusst hast? Das steht ja in keinem Widerspruch, weil vielleicht berührt man sie ja genau mit solchen Aussagen. Aber ist diese, dass du ein Einfluss bist, also dass du Identifikation bist, ist ja nicht sofort mitgeliefert worden, sondern ist ja entstanden. Ist das etwas, was dir, also in welchen Momenten hilft es dir und in welchen Momenten schadet es dir? Also Schaden tut es mir eigentlich nicht, aber ich bin natürlich über die Maßen versessen auf Privatheit und Privatsphäre. Also ich muss, ich lebe eigentlich verhältnismäßig zurückgezogen. Das hat sich natürlich jetzt im Verlauf der Corona-Krise und dieser dekameronischen Corona-Zeit noch verstärkt. Also das ist jetzt kein singuläres Merkmal mehr, das betrifft sehr viele von uns. Dass man sich irgendwie zurückzieht oder in sich selbst oder in seine Höhlen oder innerlich. Aber mir ist eine Privatsphäre schon sehr, sehr wichtig. Also ich bin sehr froh, dass man aufgrund der Bekanntheit oder des Einflusssystems, den wir als Band vielleicht haben, in die Fähigkeit versetzt wird, die Alben genauso zu machen oder die Songs genauso zu machen, wie wir es wollen. Und dass die auch natürlich auch gekauft werden oder dass Leute zu unseren Konzerten kommen und wir dadurch Geld verdienen. Also dass wir diese Tätigkeit ausüben können, ohne noch tausend andere Tätigkeiten machen zu müssen. Aber ich bin sehr froh, dass wir nicht so bekannt sind, dass man sich nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen kann. Was relativ früh beginnt. Also man muss jetzt nicht, ich sag mal, Barbaras Treysand sein, um nicht mehr unbehelligt im Biergarten sitzen zu können. Das stimmt, aber so gesehen hat ja die Corona-Zeit auch wirklich geholfen, weil als du jetzt hier angekommen bist, habe ich dich gar nicht sofort erkannt. Ja. Also so war es natürlich durch Masken und so weiter. Das stimmt, aber ich meine, ich will damit sagen, ich glaube, das gilt für alle Mitglieder der Band Talk-O-Troll. Wir werden nicht oft erkannt und man kann relativ unbehelligt durch den Alltag gehen, während ich glaube, schon ein, zwei Stufen größer ist das schon schwieriger. Und da ich eben sehr auf Privatheit versessen bin und das auch wirklich brauche für mich, also das ist keine Pose, sondern das ist, dass es auch Phasen gibt, in denen man in Ruhe gelassen wird und vor allem in denen man sich selber in Ruhe lassen kann. Also das ist manchmal ja noch wichtiger, indem man nicht der Typ von Talkotronic ist, sondern einfach jemand, der im Supermarkt einkauft. Darf ich dich, was zu dieser Privatsphäre, also du sagst, wo es endet, aber es gibt ja viele berühmtere Menschen, mache ich jetzt mit Anführungszeichen, die Privatsphäre schützen aufgrund von Kindern oder die, was ist auch, also abgelichtet werden, Paparazzi und so weiter. Also all die Ideen sozusagen, die es dann auch gibt. Hier habe ich, so wie ich es gerade verstehe, bekomme ich das Gefühl, dass es für deine Kunst auch wichtig ist, diese Privatsphäre zu haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, würde ich schon sagen, genau. Inwiefern? Weil das in so einem sehr privaten Raum stattfindet, dass diese Songs geschrieben werden und ich muss dafür zumindest die Illusion haben, das mache ich jetzt in dem Moment nur für mich und dann mache ich es für Jan und dann mache ich es für Rick und dann mache ich es für Arne und dann hören wir uns das an. Und als dieser Kern sozusagen von Torkotronik sind wir auch total autonom. Also manchmal vielleicht auch zu autonom, sodass es fast schon ein bisschen hermetisch wird. Also ich glaube, das wird uns auch manchmal nachgesagt, dass man so, man kapselt sich schon ab und man, das wirkt dann manchmal ein bisschen arrogant oder abgehoben oder sonst irgendwas. Elfenbeinturmig oder Elfenbeinturmig oder was es da so für Begriffe gibt. Aber für uns ist das ziemlich wichtig, sodass es gibt eben diese vier Leute und die sind erstmal in einem Raum, in unserem Proberaum und da passiert das. Und für mich davor, wenn ich die Songs für diese vier Leute schreibe, dass ich zumindest das Gefühl habe, das geht jetzt erstmal niemanden anderen an. Und das ist ganz wichtig, weil man sich dann von Erwartungen und von, das ist dann nicht so zielgerichtet, das Handeln. Also man denkt dann nicht, das muss ich noch schreiben, dann wird das vielleicht ein Hit oder das muss ich noch schreiben. Und da wir auch noch nie wirklich Hits haben hatten, hat es ja auch gut funktioniert, denke ich gerade. Aber wenn du sagst zum Beispiel, also Vegetarier sein, das ist mir eigentlich zu privat, jetzt sage ich es trotzdem. Wenn wir das als Beispiel nehmen, warum ist das Vegetarier sein für dich an der Stelle ein privater Ort? Das war falsch von mir ausgedrückt. Ich finde also privat, es ist mir nicht zu privat, als dass ich es erzählen möchte. Ich finde es nur nicht so eine Wahnsinnserrungenschaft und nicht so eine, also nicht so eine singuläre Erfahrung, dass man Vegetarier ist, als dass man jetzt überall in der Welt rumrennt und sagt, ich predige euch jetzt den Vegetarismus, weil das können Leute schon selber erkennen und so. Da ist es dieses Anti-Autoritäre. Ja, das ist das Anti-Autoritäre, genau. Okay. Aber wenn ich jetzt gefragt werde, wie von dir zum Beispiel ist, also wie sieht es eigentlich aus, isst du eigentlich Fleisch oder nicht, dann habe ich keine Probleme damit zu sagen, ich tue das nicht und ich tue das auch aus ganz bestimmten Gründen. Und so wie ich es gesagt habe, so die waren früher anders, da ging es oder hatte man den Klimawandel zum Beispiel oder den Anteil der Fleischverarbeitenden Industrie an der Klimakatastrophe noch nicht vor Augen, sondern nur in Anfangstrichen das Tierwohl. Jetzt ist natürlich noch ein zweiterer Aspekt dazugekommen. Okay. So und so weiter. Also okay, ich weiß, weil ich es gerne verstehen will. Genau, genau. Jetzt habe ich es verstanden. Entschuldigung, das liegt an mir, ich drücke mich manchmal ein bisschen verpasst und umständlich aus. Es ist früh am Morgen quasi. Ich würde gerne, also und auch ich bin dessen wirklich bewusst der Privatsphäre, du hast es auf dem letzten Album, die Unendlichkeit und auch in dem Buch aus dem DAX-Bau, bist du ein bisschen biografischer gewesen als jemals zuvor und deswegen würde ich gerne ein bisschen biografisch. Ja, ja, das ist überhaupt kein Problem. Und also du bist in Offenburg aufgewachsen, Reihenhaussiedlung, Hecken, hattest dein eigenes, irgendwann dein eigenes Zimmer, eine Einsiedlerwohnung, darüber hast du… Ein Liga-Wohnung. Ein Liga-Wohnung, einsiedlerisch war das auch, aber man nennt das glaube ich Ein-Liga-Wohnung. Und du hast über deine Eltern gesagt, dass sie ausgesprochen tolerant waren. Meine Eltern wussten immer, wie es um mich stand. Ja. Musstest du dich nie auflehnen? Doch, auf jeden Fall. Also vieles von dem, was mich zu dem Zeitpunkt interessiert hat, war für meine Eltern schwer verständlich, weil das Codes waren, die sie glaube ich nicht lesen konnten, weil sie popkulturell nicht versiert waren. Das ist einfach was, was die nicht so sonderlich interessiert hat. Das würden die jetzt besser verstehen, glaube ich, weil einfach diese Codes durchgesetzter sind. Aber wenn man damals, wie ich, als Punk mit gefärbten Haaren und zerrissenen Jeans und so weiter, das war dann, das konnten die noch nicht als Modestatement oder sowas lesen. Und deshalb war das natürlich für die schon provokativ und dann gab es natürlich unglaubliche Konflikte, wie so willst du in die Schule gehen oder so. Und dann hat man aber natürlich, hat man da als junger Mensch, hat man ja unglaublich viele Tricks auf Lager, dass man irgendwie anders aus dem Haus geht, als man in der Stuhle ankommt und so. Dann steht das Fahrrad in der Garage und dann hat man da so in seinem Rucksack schon das Haarspray und dann kann man sich da die Haare so hoch toupieren und festsprayen und bevor man wieder nach Hause geht, sind sie wahrscheinlich sowieso schon in sich zusammengefallen und so weiter. Aber weil ganz viel ja Musik, so wie du sie machst und wie ich sie auch gehört habe und immer noch höre, passiert ja eigentlich auch zu einer Abgrenzung auch, also aus einer Abgrenzung heraus, auch aus einer, du hast das Wort schon anti-autoritär auch benutzt. Und deswegen, ich bin über dieses Tolerant-Wort gestolpert, weil eigentlich ist ja das auch, man zieht sich zurück und ist so anders als. Ja, aber rückblickend würde ich sagen, waren meine Eltern sehr, sehr liberal und sehr tolerant meinen Spinnereien gegenüber. Also ich glaube, ich habe da großes Glück gehabt, weil es gibt ja sozusagen die repressive Toleranz, den man so gerade so im westdeutschen, bundesrepublikanischen, bürgerlichen 70er, 80er Jahre Milieu viel zu tun hatte. Also dieses Gefühl von, naja, du darfst schon aber nur bis dahin und so. Ja, voll. Und irgendwie ist man doch gedeckelt oder man wird so sanft in so bestimmte bürgerliche Bahnen gelenkt. So, jetzt gehst du da mal in den Tennisclub und dann da ist doch auch die Frau so und so und da ist doch auch so. Und meine Eltern waren aber dann doch, glaube ich, so tolerant, dass sie mir, wenn es um Kreativität ging und darunter fällt, dann im weitesten Sinn vielleicht auch so ein modisches oder optisches Erscheinungsbild oder so, dass sie mir da total freie Hand gelassen haben. Und mehr noch, sie haben das auch unterstützt. Also ich habe von denen dann zum Beispiel eine E-Gitarre geschenkt bekommen. Die berühmte Elektrige Gitarre. Genau, also so und das ist ja nicht unbedingt, wie soll ich sagen, das war zu der Zeit, heute wäre das irgendwie total selbstverständlich, wenn dann, ich habe keine Kinder, aber ich glaube, wenn man Kinder hat und dann sagt, ich möchte die E-Gitarre lernen, dann sagen, ja klar, dann kaufen wir dir eine. Aber damals war das schon eine Zeit, wo es normal war, dass man in einem bestimmten Milieu, in einem bestimmten schulischen Werdegang oder so, dass man dann nicht elektrische Gitarre spielt, sondern eben Geige oder Klavier oder dass man Klavierunterricht oder irgendwie sowas hat und so. Und das wollte ich nicht und fand ich doof und weil ich mich so früh für Popmusik interessiert habe und dann haben meine Eltern gesagt, ja dann kriegst du halt eben eine E-Gitarre und dann durfte ich damit rumschrummeln so viel und so oft ich wollte. Ich bin auch auf einem kleinen Dorf aufgewachsen, also Offenburg ist ein bisschen größer als Gröden, aber ich kenne natürlich noch diesen Ausspruch, was, also nicht unbedingt als Ausspruch, aber so die große Gedankenblase, was sollen die Nachbarn sagen, wenn der Junge so aussieht, wie du wieder aussiehst in dieser Erzsaison auch. Genau, Löcher in der Hose und ständig dieser Lärm. Ständig dieser Lärm, genau und das war bei mir auf jeden Fall allgegenwärtig, Ostdeutschland. Das hast du gar nicht gekannt? Doch, eben das meine ich mit repressiver Toleranz. Das ist vielleicht nicht so ideologisch motiviert, wie in Ostdeutschland ich mir das vorstellen kann oder so, wo es so ein Ausbrechen aus einem bestimmten ideologischen Raster, Angst haben auch, auch mit Angst besetzt ist oder so, aber es ist eben so dieses typisch muffig bürgerliche Klima, wo dann eben die Leute sagen und ach so und ach der von und der Sohn von denen und ist doch und so. Also man kennt das ja so diese Art von so, also da gibt es vielleicht unterstelligere Machtverhältnisse, die nicht so von oben herabdeckeln, sondern eher so von unten nach oben durch die Fußsohlen in den Körper sickern und so. Das macht man aber auch nicht und das ist nun auch nicht so und wenn du das machst, dann auch wo man durch Belohnungen zum Beispiel in bestimmte bürgerliche Bahnen so gelenkt wird. Also wenn du den Klavierunterricht schön spielst, dann darfst du auch und so weiter und so fort. Die Strafen und all das, was damit zusammenhängt. Woher kommt denn dein Anti-Autoritär-Sein? Ich habe das so eher aus einem, genau, du darfst nicht zu Tocotornik gehen und dann erst recht und die Gitarre dann noch lochlauter machen. Ich habe eine große, ich glaube das gilt für uns alle bei Tocotornik, eine große rebellische Seite in mir und ich mag nicht, wenn man mir sagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Außer es leuchtet mir vollkommen ein, wie zum Beispiel bei Corona-Regeln. Oder es ist zum Wohle der Allgemeinschaft, wie wenn es um das Thema Impfen oder sowas geht. Da sind wir ja genau bei solchen Themen. Die Leute, die das nicht tun, inszenieren sich ja auch als Rebellen und als Individualisten. Aber das ist falsch verstanden, eine Rebellion. Aber grundsätzlich habe ich eine Allergie gegenüber Predigten, gegenüber Verhaltensmaßregeln, eben auch gegenüber genau dieser repressiven Toleranz, die so durch die Hintertür und so hinterhältig daherkommt. Man ist bis zu einem gewissen Grad tolerant, aber dann hört es auch schon auf. Das gibt es eben auch in jedem Milieu, auch im linken Milieu und so. Aber das gibt es ja auch gerade jetzt in unserer Gesellschaft extrem. Also wenn man sozusagen sagt, also gerade wenn wir bei diesem Kaffeebeispiel wieder sind, da ist ja genau das, dieses schlechte Gewissen, was ja so mitgeliefert wird immer wieder bei allen Sachen, die man so, ob man sich belohnen will mit irgendwas, aber es ist, und ich möchte da auch gar nicht gegen sein, aber es ist schon auch so eine, in sozialen Medien beobachte ich das total. Das ist so eine ganz große, so mhm. Ja, also da kann ich wenig zu sagen, weil aus genau dem Grund bin ich, was soziale Medien angeht, total abstinent. Okay. Also ich habe das nicht. Und ich, auch aus gutem Grund, ich lehne das auch komplett ab. Und wir haben das natürlich mit Tokotronik, also wir haben da Facebook und Instagram-Kanäle, das wäre äußerst exzentrisch, das heutzutage nicht zu pflegen. Schön, dass du sagst, das wäre exzentrisches nicht zu pflegen. Ja, es wäre exzentrisch, das nicht zu pflegen und es wäre auch wahrscheinlich kommerzieller Selbstmord oder irgendwie sowas, wobei das noch zu beweisen wäre. Aber für mich privat lehne ich das komplett ab. Und da habe ich auch keinerlei Erfahrung damit. Ach so, das weißt du, kennst auch. Also ich kenne die Sachen natürlich und ich weiß, wie das funktioniert. Und ich habe auch eine Meinung dazu, die ist äußerst negativ. Aber natürlich habe ich mich schon mal damit beschäftigt, weil ich weiß, aber ich benutze es nicht. Also was ich damit zu tun habe, geht gegen null Prozent. Aber du meinst, ich meinte ja auch nicht nur soziale Medien sozusagen, da spült das ja Ganze hoch. Also dieses Unterschwellige, also manchmal sehr offensiv, manchmal eher unterschwellig, aber dieses hochgezogene Augenbrauen, was ich eben auch so als schon auch eine autoritäre Handlung manchmal so empfinde und so ein Fingerzeig und na. Naja, ich würde sagen, das ist vielleicht so ökonomisiertes Ressentiment. Und da gibt es ein ganz schönes Buch von Josef Vogel, dem Literaturwissenschaftler, das ist gerade erschienen vor einem halben Jahr oder so. Das heißt Kapital und Ressentiment und das geht sozusagen Plattformökonomie und soziale Medien und wie das sozusagen ein Geschäftsmodell aus dem Ressentiment gemacht wurde. Ah, interessant. Und das ist natürlich das Hauptziel. Das wird natürlich anders verpackt. Das wird natürlich als total altruistisch und menschenfreundlich. Genau. Die Begegnungen mit allen und so weiter. Aber in Wahrheit ist es natürlich ein Mittel, gegenseitige Ressentiments aufführen zu lassen. Teilweise zum Amüsement Ritter und so. Und jeder, der sich damit auseinandersetzt, weiß ja, dass das so ist. Voll spannend, das lese ich. Danke für den Buch, Tim. Ich fand das sehr erhellend. Es ist jetzt nichts, was man nicht schon geahnt hatte, dass es irgendwie so ist. Also das entdeckt sich so mit, sagen wir mal, meinen Vorurteilen, den ich sozialen Medien gegenüber hatte und dieser Art von Ökonomie. Aber ich fand es sehr spannend, dass der Begriff des Ressentiments dann so reingebracht wird, weil das ist eigentlich genau das Wort, was einem dazu einfällt. Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Supporter vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Koro. Bei Koro könnt ihr alles von Superfoods über Frühstücks-Essentials bis zu Nüssen und Snacks finden und unkompliziert online bestellen. Und ich mache das auch. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse, Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importiert deswegen hauptsächlich direkt. Hinter Koro steckt die Idee, große Mengen Handelsstufen zu überspringen und Preisvorteile direkt an die Kunden weiterzugeben. Dafür haben sie aktuell ihre Preise sogar gesenkt und wollen auch in Zukunft öfters Preisanpassungen nach unten machen. Selbst wenn die Preisanpassung von durchschnittlich 5% klein erscheinen mag, für Koro ist das ein großer Schritt, mit dem sie ihrer Mission ein Stück näher kommen. Ich habe mir bei meiner letzten Bestellung etwas für den nächsten Fernsehabend bestellt, denn gerade jetzt sind wir abends wieder viel zu Hause und schauen Filme und Serien. Bei uns gab es geröstete Maiskörner, geröstete Kichererbsen und sehr, sehr lecker rote Beete-Chips. So wird der Fernsehsnack auch noch ein bisschen gesünder. Für Hotel Matze-HörerInnen gibt es jetzt exklusiv bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt mit dem Code HOTELMATZE auf korodrogerie.de. Vielen herzlichen Dank an Koro. Mein heutiger Supporter ist die IHK mit ihrer Perspektive Weiterbildung. IHK steht, ich hoffe ihr wisst das, für Industrie und Handelskammer. Wenn sich bei euch beruflich etwas verändern soll, wenn ihr zum Beispiel den nächsten Karriereschritt gehen wollt oder auch darüber nachdenkt, euch selbstständig zu machen, dann ist die IHK die richtige Anlaufstelle für euch. Egal ob mit abgeschlossener Ausbildung oder ohne. Auch nach dem Studium kann eine Weiterbildung euch weiterbringen. Eine Weiterbildung lohnt sich, denn es erschließen sich euch neue Jobmöglichkeiten oder ein ganz neues Berufsfeld. Zum Beispiel durch Lehrgänge wie Social Media Manager, Agiler Projektmanager oder Data Analyst. Traut euch eure berufliche Veränderung jetzt selbst anzugehen. Informiert euch auf Instagram oder Facebook bei IHK Perspektive Weiterbildung auf ihk.de oder bei eurer IHK vor Ort über eure Weiterbildungsmöglichkeiten. Den Link findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an die IHK für den heutigen Support. Und nun zurück zu Dirk von Lotzow. Bei mir waren, also wenn wir nochmal so auf Offenburg und Südbrandenburg sozusagen, bei mir waren die anderen, und das höre ich immer wieder raus, und das hast du auch schon ein paar Mal gesagt, so dieses nicht sein wollen wie die anderen. Bei mir waren die anderen Erwachsene, aber auch Menschen, die böse Onkels und Störkraft und sowas gehört haben. Also so wirklich Nazi, Neonazi-Kaff. Wer waren die anderen bei dir? In der Kindheit und Jugend die Spießer. Die Spießer. Ja, würde ich so sagen. Also wir hatten in Offenburg jetzt kein Nazi-Problem. Und das ist natürlich sehr kleinbürgerlich, provinziell, aber natürlich auch irgendwie total idyllisch. Und es ist verhältnismäßig, naja, kosmopolitisch will ich jetzt nicht sagen, aber es ist ja, im vielbeschworenen Dreiländereck zwischen der Schweiz und Frankreich, es ist eigentlich eine weltoffene Gegend. Aber sie ist natürlich auch provinziell, es ist total CDU-mäßig, war das immer sehr konservativ. Ja, natürlich von Jugendbewegungen im engeren Sinne eben wie Punk oder New Wave oder New Romantic oder was es immer alles auch gab. So in meiner Jugend hatte man da nicht so wahnsinnig viel gehört. Es wurde allerdings dann Mitte, Ende der 80er besser, weil man merkte, es gibt dann schon so, und das ist vielleicht so ein bisschen top-down, ein typisch für der realistischen Westdeutschland dieser Zeit, sozusagen von der Großstadt in die Kleinstadt rieselt so eine Alternativkultur durch. Das ist sicherlich ein Verdienst auch der 68er-Generation und später der Hausbesetzer- und Alternativszenen-Generation, die eben in Berlin sozusagen vor allem oder in Hamburg so zur Blüte kamen und wo das dann sozusagen als Import in die Kleinstädte so durchsickerte. Also es gab dann in Offenburg eine Kieferkneipe auch und ein Jugendzentrum, bei dem ich und viele meiner damaligen Freunde so mitgearbeitet haben und auch Konzerte organisiert haben und so. Und das war wie ein kleiner Punk-Club eigentlich. Wie hieß der? Kessel. Und das war wahnsinnig wichtig, weil man dann eben sozusagen diese punkig-subkulturell geprägte Identität dort hat ausleben können und fast so ein bisschen Großstadt hat spielen können. Ja, bei mir kam das auch, du hast erst schon gesagt, über Fanscenes auch viel. Und dann eben genau, die Außenwelt findet dann über diese Fanscenes und diese Sachen statt, genau. Und dann kann man sich so ein subkulturell bestimmtes, selbstbestimmtes, subkulturelles Leben zusammenträumen, obwohl man natürlich immer noch bei den Eltern wohnt. Ja, aber zumindest in der Einsiedlerwohnung. Ja, genau. Aber da zumindest in der Einliegerwohnung, genau. Und also manchmal hört sich sowas, so rückblickend denkt man, dass so ein Kessel, bei uns war es die Kombi. Siehst du, die heißen immer sehr ähnlich. Das muss mit K sein. Irgendwas mit K. Und in meiner Erinnerung sind die sehr groß. Und wenn man aber hinkommt, sind die ja sehr klein. Ja, das stimmt. Und es sind dann auch gar nicht so viele Menschen gewesen. Das stimmt. Also wie viel waren das bei dir, würdest du sagen? Wie viel Gleichgesinnte? Ach, vielleicht so im inneren Kern so fünf, sechs Leute und so. Und dann hat man da schon so Bands gegründet und sich ausgetauscht und so. Und das war schon die Bewegung, diese fünf Leute. Das war eigentlich dann schon die Jugendbewegung, die fünf, sechs Leute. Und dann zu Konzerten, die wir veranstaltet haben, kamen dann natürlich mal mehr, mal weniger. Wir sind dann immer so im Umland rumgefahren und hatten, das war natürlich ein enormer Freiheitsgewinn, als man den Führerschein hatte. Da war man dann in diese umliegenden Dörfer und Städte und manchmal eben bis nach Freiburg oder Karlsruhe oder so fahren konnte. Oder wenn es ganz exotisch sein sollte, bis nach Basel in die Schweiz. Und da Konzerte im Ausland. Aufzucht im Ausland, genau. Und dann konnte man da auch die Flyer verteilen für die eigenen Konzerte. Du hattest schon vor Tokotronic quasi eigene Bands. Ja. Und hast gesungen, Englisch. Englisch, genau. Denglisch? Denglisch, genau. Die Gitarre, die du bekommen hast, was waren so die ersten Lieder, die du gespielt hast? Ich habe immer, ich habe sofort angefangen, eigene Lieder zu machen. Okay, also du hast nicht versucht, Sonic Youths dir rauszuhören? Nee, ich habe so eine, ich habe sehr früh angefangen mit 13, 14 und habe, da kannte ich auch Sonic Youths noch nicht, da gab es das auch noch nicht. Aber da hatte ich dann, da hatte ich so eine kurze Phase, wie das jeder so hat mit Peter Bursch. Oh ja, die Gitarrenschule. Oh ja, ja klar. Die Gitarrenschule von Peter Bursch, die aber vollkommen unverständlich ist. Aber zumindest die Griffe, die kriegt man irgendwie schon. Die kriegt man so ein bisschen beigebracht. Und dann hatte ich aber irgendwie da nicht so Spaß dran, so Lieder nachzuspielen von den Beatles oder Stones oder was da so drin war. Sondern habe eben immer gleich eigene Lieder geschrieben und zwar immer so in der jeweiligen Fasson, wie die Bands, von denen ich gerade Fan war. Ja, aber natürlich. Und dann habe ich eben auch immer versucht, mir dazu auch so ein Image auszudenken und habe auf den leeren weißen Innenhüllen von den Platten meiner Eltern mir dann selber Plattencover gezeichnet, weil ich auch sehr gerne gezeichnet habe, so Comic-artig und habe mir dann die Namen der Bands ausgedacht und habe die dann so gezeichnet und so. Und dann hatte ich sozusagen dieses Cover für die imaginäre Band und die Songs dazu, die ich geschrieben habe und gespielt habe. Nur aufnehmen konnte ich sie natürlich nicht. Wolltest du Sänger, Musiker oder Popstar werden? Nee, Sänger und Musiker und Songschreiber. Also das Popstartum hat mich nie so interessiert, weil ich sehr früh dann mit dem, was man so als independent Musik bezeichnet hat, in Berührung kam. Und das geiler fand als jetzt, sagen wir mal Duran Duran, was in der Zeit populär war. Und irgendwie hat mich das gleich, und da hatte ich gemerkt, das ist eine andere Art von Ruhm, die da angestrebt wird. Ein Ruhm, der eher in der Verweigerung liegt oder in der Nichtverwertbarkeit oder dass man sich vielleicht sogar wie so ein Ruhm anheftet, dass man wenig Platten verkauft anstatt viel oder dass man besonders unbekannt ist oder so. Ja, das Coole des Außenseiters. Das Außenseiter oder dass es obskur ist, das war ja damals auch ein Kriterium, die Obskurität. Ja, 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 stimmt, stimmt, das ist ja voll. Ich hätte mich nur gewundert, weil ich irgendwie, also ich glaube es war auch in deinem Buch, oder bin mir nicht mehr ganz so sicher gelesen, dass du dir vorgestellt hast, interviewt zu werden. Ja, interviewt werden muss man natürlich schon. Also auch für die Obskurität. Ja, klar, aber es gab ja auch Zeitschriften und Blätter, wie wir von den Fans gesprochen haben, die dann sozusagen sich genau diesem Obskuren gewidmet haben. Und was hast du dir vorgestellt, wer dich interviewt? Och, keine Ahnung, irgendjemand, das ging mir jetzt nicht um den oder die Person, die das macht, sondern einfach die Tatsache, dass man über seine Arbeit redet. Weil ich immer viel, ich habe schon als Kind und Jugendlicher viel Selbstgespräche geführt und mir ausgemalt, was ich dann sagen würde, wenn jemand mich fragt, warum ich das Lied so genannt habe oder so. Also das ist irgendwie so ein, vielleicht so ein Spiel, so wie andere Leute imaginäre Freunde haben zum Beispiel. Ja, ja, also ich glaube, jeder führt ja immer Selbstgespräche, aber so dieses vor sich hin Murbeln und so weiter, das ist ja schon, ja, man denkt manchmal so, was ist mit den Leuten los, aber ich kenne das auch auf jeden Fall. Ja, oder man führt das so auf oder ich habe das dann so, habe das auch fast so ein bisschen dramatisch inszeniert oder so. Aber so immer alleine dann für dich? Also das war was, was ich dann so für mich alleine, das sind Träume eben. Das ist so wie, ja, wie eben so ein, wie Bing Bong, der unsichtbare, imaginäre Freund. Bei, bei, komme ich jetzt nicht drauf. Ich bin ich auch nicht. Im Gehirn. Irgendwo. Weil ich habe auch gelesen, dass du Gruselfilme und Horrorfilme gedruckt hast und dich das so angezogen hat und daraus sich so Angstpsychosen auch gestanden sind. Ja, natürlich, klar. Und jetzt finde ich, wenn ich so deine Musik höre, also das ist ja so, es zieht ein, also dich hat das so hingezogen als Teenager, als Kind, ist dann irgendwann zu viel geworden. Und wenn ich deine Musik höre oder eure Musik höre, dann habe ich immer das Gefühl, dass aber genau daraus ganz viel Kreativität entsteht, aus dieser Dunkelheit, aus dieser diffusen Angst, was könnte hinter dieser Tür sein, das Knattern und so weiter. Würdest du das auch bestätigen? Ja, absolut. Also ich glaube, das Dunkle spielt bei mir in den Texten und in der Art, wie ich denke, eine ganz große Rolle Ängste, Albträume, Abgründe, Schlünde. Schlünde, ja. Schönes Wort ist auch auf neuem Augenblick. Ja, das Gefühl abzutauchen oder, ja klar, das sind Ängste und die hätte ich vielleicht Schwierigkeiten im Alltag zu verbalisieren, aber wenn man sie singt, kann man das gut machen. Also da fällt es mir einfacher, da fällt mir eine Offenheit einfacher als jetzt so im persönlichen Gespräch. Ja, Dunkelheit, also wenn man jetzt am Keller, also für mich ist so Dunkelheit verbunden mit so einem Keller runtergehen und man hat so ein bisschen Angst, man weiß nicht, was in der nächsten Ecke ist und eigentlich vermeidet man das. Also ich kenne noch den Keller meiner Großeltern, wollte ich nie runtergehen. Und jetzt ist es bei dir ja so, dass dieser Keller eigentlich der Ort ist, wo ganz viel herkommt. Und ist das jetzt ein Ort, in dem du, welche Beziehung hast du zu diesem Keller? Also ist das immer noch ein Ort, vor dem du Angst hast oder ist das ein Ort, wo du auch weißt, naja, ich habe Angst, aber hier ist auch meine Schatztruhe. Es ist genau so, wie du sagst. Es ist vielleicht eine Hassliebe oder so. Man weiß, es gibt diese Orte, es gibt diese Dämonen und es gibt diese Ängste und es gibt diese Zustände. Oft sind es ja auch Zustände, wo man sagt, Angst kommt man dann nie wieder raus oder so. Aber ich weiß auch ganz genau, dass es in gewisser Hinsicht das Reservoir ist, aus dem man ganz viel für seine künstlerische Praxis schöpfen kann. Und dieses Dunkle hat ja manchmal, also gerade wenn es um Monster geht, also auch diese Filme, ich kenne das auch, Stephen King, viel gelesen als Jugendlicher S, dann hatte das Dunkle ja auch immer etwas immer Böses. Ja. Wobei ich mittlerweile gar nicht mehr so sicher bin, ob Dunkelheit wirklich immer gleich Böse ist. Also das. Es ist natürlich auch eine ziemlich, einerseits eine sehr westliche Dichotomie zwischen Dunkel und Hell vom Denken her. Das ist ja in anderen Kulturen umgekehrt oder so, dass Dunkle den Tod symbolisiert und weiß sozusagen das Leben. Ah, okay. In der indischen Kultur ist es, glaube ich, andersherum oder so. Ich will mich da jetzt nicht so profilieren. Aber beispielsweise in der Literatur, aber auch in Filmen ist es eigentlich auch eine rassistische Dichotomie. Also der Schwarz, das Böse ist und weiß, das ist gut. Also das stellt man ja schon fest in vielen solchen Narrationen und so. Und zum Beispiel ist ja eine große Leistung von Hermann Melville in Moby Dick, also einem der vielleicht berühmtesten Bücher der Weltliteratur überhaupt, dass das Böse weiß ist. Denn der Wal ist weiß. Das absolut, der Wal symbolisiert das eigentlich fast ein satanisches, etwas Wesen, was in der Untiefen lauert. Und das ist weiß. Das ist schon ein ziemlich genialer Kniff, vor allem für diese Zeit, die tatsächlich noch von unglaublichem Rassismus geprägt war. Und ist für Dich aber diese Dunkleheit, also wenn wir die jetzt gar nicht mal nehmen als was Schwarzes, sondern vielleicht einfach nur etwas, als was man sieht etwas nicht, also Nacht sozusagen. Ist das für Dich noch, also spielt dieses Böse da noch rein, also was man so als gut und böse bezeichnen würde? Also es wird ein bisschen abstrakt gerade, aber ist das Böse? Also Monster, sind die Böse für Dich, sind Geister Böse? Nee, nicht unbedingt. Ich finde, die sind eben, dass genau darum geht es ja, dass man zum Beispiel diese Zuschreibungen ein bisschen auflöst. Also es gibt jetzt ein Stück auf dem neuen Album, das heißt ein Monster kam am Morgen. Das handelt eigentlich davon, dass man sich selber, also sich selber in die Augen sieht und als Monster wieder erkennt. Und ich finde schon, dass man sozusagen das innere Monster umarmen sollte. Und man sollte sehen, dass es das gibt und das Monströse auch in einem selber schlummert. Und was ist auch das Monster und was ist das eigentlich für eine Zuschreibung? Also auch da sind wir genau in diesen Feldern, was gilt als schwarz, was gilt als weiß. Was ist monströs, was ist nicht monströs. Was ist gut, was ist böse. Genau, was ist gut, was ist böse. Und vielleicht ist das Monströse oder das Monster, das spricht oder das Monster, das aus einem selber spricht. Also vielleicht ist das auch als was sehr Positives zu betrachten. Vielleicht muss man zu neuen Definitionen von Monströsität und Nicht-Monströsität kommen. Das ist so wie normal und anormal oder gesund und krank oder so. Ich denke immer oder versuche immer so in Anteilen zu denken. Ja, genau. Jeder ist ja, keine Ahnung, Gewalt lehnt man ab, aber dennoch habe ich Gewaltfantasie. Ja, genau. Und deswegen bin ich aber nicht ein gewalttätiger Mensch, aber das schlummert natürlich auch in mir. Und ich finde auch gut zu wissen, hier stelle ich mir vor, wie ich dem eine reinhaue, aber ich mache es natürlich nicht. Ja, genau. Und nur wenn du dir das vorstellen kannst, kannst du es auch bekämpfen sozusagen und kannst du darüber reflektieren. Das finde ich ganz wichtig, wenn man zum Beispiel, weil wir jetzt darauf gekommen sind, ich will jetzt keine Vorträge halten oder so, aber wenn man jetzt über Rassismus oder Antisemitismus oder Ähnliches spricht, das sind immer die anderen natürlich. Aber es ist natürlich ganz wichtig, den in sich selber zu sehen und zu kennen, dass natürlich man diese Anteile hat. Und manchmal man zum Beispiel antisemitische Stereotype reproduziert, obwohl man es vielleicht gar nicht weiß und so. Und das ist ganz wichtig, das zu wissen, dass man selber auch das Monster sein kann. 100 Prozent. Dass man, wenn es wirklich böse ist, wirksam zu bekämpfen oder wenn man feststellt, vielleicht ist das Monster auch ganz niedlich. Vielleicht ist es auch interessant, ein Monster zu werden oder irgendwie sowas in der Art. Hast du ein Beispiel für ein niedliches Monster? Naja, also die Typen von Monster AG sind doch ganz süß. Das sind doch Monster. Ja, das stimmt. Ich meinte eher ein Verhaltensmonster, ein niedliches Verhaltensmonster. Aber die AG-Monster sind sehr, sehr süß. Da gebe ich dir total recht. Naja, das Freakige in sich. Also man kann ja sagen irgendwie, man kann das versuchen zu bekämpfen, aber man kann auch sagen, ich akzeptiere das und ja, versuche damit irgendwie zu leben, dass man diese Anteile hat. Diese Reihenhaussiedlung, das Bürgerliche, da sind wir ja mal so irgendwann hergekommen, was davon ist noch in dir drin? Also ich bin auch geprägt worden von, ich will nicht werden, was mein Alter ist, Tonsteine, Scherben. Und ich bin auch nicht geworden beruflich, was mein Alter ist. Aber ich merke, also gerade bei mir dann auch mal wieder so eine, oh, hier bin ich doch spießiger, als ich dachte. Jetzt wohnen wir beide in einer vielleicht auch bürgerlicheren Umgebung. Und manchmal denke ich auch, wenn ich durch meine Wohnung gehe, denke ich so, es ist auch manchmal sehr ordentlich. Ja, also das finde ich so ein bisschen unergiebig, diese Diskussion, wie spießig bin ich eigentlich selber oder wie bürgerlich bin ich eigentlich selber. Weil ich finde diese, der eine braucht Chaos um sich herum und der andere braucht Ordnung. Und wahrscheinlich je chaotischer das Gehirn, desto mehr Ordnung braucht es ja im Äußeren. Und je aufgeräumter es drin ist, desto unordentlicher kann es auch draußen sein und so. Also ich stelle an mir fest zum Beispiel, also ich habe ein bisschen, ich leide ein bisschen unter Putzwibbel. Ich putze unglaublich gern, weil ich mich dabei entspannen kann und weil ich dabei für mich so denken kann und so. Und dann kann das schon passieren, dass ich dreimal täglich das Waschbecken im Bad abwische und die Kalkflecken entferne und so. Und weil ich auch will, dass es gut aussieht oder so. Also das hat auch was mit ästhetischem Empfinden oder so zu tun. Da bin ich ja froh, dass ich den Tisch vorher noch mal abgewischt habe. Ja, also ich bin aber zum Beispiel bei anderen Leuten oder wenn ich woanders hinkomme, überhaupt nicht versessen auf Ordnung. Da würde mich das überhaupt nicht stören. Also es hat nur was mit mir selber zu tun. Ist es bürgerlich dann, wenn man das, was man da selber hat, auf andere überträgt? Fängt da vielleicht so eine bürgerliche Frage an? Ja, da würde man zumindest sehr eng. Also das würde ich sagen, ist so typisch bürgerlich intolerantes Denken. So, wie sieht es denn hier aus? Und das ist mir scheißegal. Und es gibt auch Sphären, die mir scheißegal sind. Zum Beispiel, wie es, also ich habe ein Auto, wie das aussieht, ist mir vollkommen Wurst. Ob das dreckig ist oder nicht oder da drin kann Zeug rumliegen und so. Aber es gibt eben so bestimmte Sphären, so da kann ich wirklich an mir selber sowas wie so ein Putzfimmel feststellen. Aber es ist ja dann auch eher eine Schrulle. Also insofern, also das… Bürgerlichkeit ist vielleicht auch, denke ich gerade, eine Belästigung an andere oder Spießigkeit. Das ist, also ich versuche da gerade nur so eine, wo könnte man eine Grenze ziehen? Also wenn das Putzen einem gut tut und man dabei vielleicht auch kreativ ist und denken kann und so weiter, dann stört das ja niemanden. Aber eine Bürgerlichkeit, wenn die, wie sieht der Junge da aus, warum hat der so Löcher in den Hosen? Dann überträgt sich das ja eher auf andere. Ja. Die Spießigkeit. Diese Debatten um neue Formen von Bürgerlichkeit oder nicht oder doch oder… Ich fand das irgendwie immer so ein bisschen fruchtlos. Ich finde das… Ich merke es, ich sehe es in deinem Gesicht. Ja, das finde ich so, das beginnt bei den Leuten im Kopf. Also ich finde, das ist, ich weiß natürlich, woher das kommt und wo das ist, hat viel mit Berlin und was ist, wie hat sich Prenzlauer Berg verändert und ist das so ein bestimmtes Milieu und so. Aber mir ist es ein bisschen zu küchensoziologisch, ehrlich gesagt. Ich finde es interessant, über verschiedene Milieus nachzudenken und auch durchaus auch über Schichten oder Klassen oder wie man es auch immer nennen mag und so oder über Präkarisierung oder eine neue Art von Proletariat oder so. Und also diese Themen finde ich sehr interessant. Aber ob jetzt jemand irgendwie so oder so, das ist so ein bisschen Küchensoziologie, weißt du, was ich meine? Ich sehe es deinem Gesicht auch an, das ist so ein, oh nee, komm, das machen wir, dieses Thema machen wir jetzt nicht. Nee, das finde ich auch, ich habe selber nur, weil ich mich mit dir beschäftigt habe, und dieses Thema Bürgerlichkeit und Spießigkeit oder Anti-Autoritär ja auftaucht. Und das kenne ich auch bei mir eben genau das, wo zu sagen, okay, es gibt Sachen, die ich als Teenager total abgelehnt habe und dann plötzlich merke ich, oh, hier bin ich selber so oder so und dann merke ich dann doch die Hecke in mir. Ja, natürlich, natürlich. Also das ist wiederum ein sehr lustiges Thema, wie viel von dem, was man als Jugendlicher abgelehnt hat, erfüllt man dann im Alter doch. Ja, das ist eben so ein bisschen wie mit dem Frühaufstehen und so. Man kann manchmal gar nichts dagegen tun. Stimmt. Man hätte als Kind Jugendlicher gesagt, ist natürlich das lange Schlafen, was Eltern zur Weißglut treibt, dass man als Kind bis elf, halb zwölf und dann kommt man dann mal so langsam. Zum Küchentisch, ja. Ja, genau. Und so verschlafen. Das sind natürlich auch alles Gesten und auch so eine bisschen passive Aggression, die man als Jugendlicher da so auslebt. Guck mal. Der schöne Tag ist mir scheißegal. Ja, genau. Und wo ihr schon irgendwie hier am scharfe, scharfe Häusle bauen seid, verpenne ich einfach den ganzen Tag. Und dann merkt man irgendwann, dass man es einfach nicht mehr kann. Man denkt, das wird das ganze Leben so bleiben. Die scheiß Natur, die macht es dann. Dann lass uns ein bisschen die Bürgerlichkeit verlassen, um zur Musik zurückkommen. Also du warst in der Schwarzwaldhölle, hast auch schon besungen und hast bis dann nach Hamburg gezogen, 1993 den berühmten Arne Zank und Jan Müller kennengelernt und dann habt ihr zusammen Tokotronic gegründet. An welchem Moment, oder gab es einen Moment oder gab es eher verschiedene Momente, an denen du gemerkt hast, das ist jetzt meine musikalische Heimat? Ich glaube, ich habe das gleich zu Anfang gedacht, als ich Jan kennengelernt habe und dann über ihn, Arne, ungefähr eine Woche später und wir beschlossen haben, lass uns doch mal zusammen in den Proberaum gehen und Musik machen. Ich dachte, das ist eine Zufallsbegegnung, die total schicksalhaft ist. Das hast du gespürt? Ja, absolut. Und haben die anderen das auch gespürt? Ja, das weiß ich nicht. Ihr habt euch ja vielleicht auch schon mal drüber unterhalten, Birg. Doch, ich glaube schon. Ich glaube, Arne und Jan hatten vorher ja schon Bands, verschiedene Bands und vielleicht hatte denen so jemand wie ich gerade noch gefehlt, der aus so einer ganz anderen Perspektive kommt von außen. Und ich hatte halt zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge Songs geschrieben, eben von diesen Songs, über die wir gesprochen haben, die so denglisch eigentlich eher Träume waren, wie man sich selber so eine Rockmusiker-Identität gibt und die ja nie irgendwo veröffentlicht wurden und eigentlich sich hauptsächlich im eigenen Kopf so manifestiert haben. Aber irgendwann habe ich natürlich Songs geschrieben und die auch aufgeschrieben und auch aufgenommen oder so. Und da hatte ich schon, als ich Arne und Jan kennengelernt habe, sagen wir mal eine gewisse Praxis. Also ich wusste, wie das geht, genau. Und ich glaube, das war das, was ihnen gefehlt hat. Also das war für sie neu, dass da jemand ist, der... Und für mich war es neu, dass Leute so reflektiert, humorvoll und einfach stilistisch und vom ganzen Ausdruck, Habitus und Wortwitz und Coolheit so weit vorne sind und so. Das war mir total neu. Weil die kamen aus Hamburg und die waren, und Hamburg war zu der Zeit die Hauptstadt der Indie-Musik oder so in Deutschland. Und die wussten alles und die kannten natürlich auch schon Leute und die hatten ihre Jugend irgendwie im Störtebäcker in der Hafenstraße verbracht. Und so, das ist natürlich was anderes als der Kessel in Offenburg. Und hast du die von unten nach oben staunend angeguckt oder... Nee, ich fand die einfach mega cool und sind sie ja auch. Sind sie ja auch bis heute geblieben und das war, es ist Glück. Und habt ihr euch das... Es waren auch nicht alle in Hamburg so cool wie die beiden. Das hoffe ich. Aber hast du... Also sowas kann man ja rückblickend, weiß man, das ist jetzt was Besonderes. Und du hast auch gesagt, du hast das gespürt in dem Moment. Aber dann ist man ja in so einem Alter, Anfang 20, auch ein bisschen zu cool, um das zu sagen. Konntet ihr das sagen? Also ein bisschen wie der Frau, die man gerade kennengelernt hat oder dem Mann, den man gerade kennengelernt hat. Du bist übrigens die Liebe meines Lebens. Mit dir werde ich jetzt 35 Jahre lang Musik machen. Ja, ich hatte eigentlich nie so Probleme damit, Emotionen zuzulassen und dann auch auszudrücken. Also ich glaube, ich habe das schon... Also ihr habt euch das gesagt auch? Ja, es ist schon verbalisiert, weil ich mich unglaublich gefreut habe. Das war die Erfüllung meiner Träume sozusagen. Weil ich dachte so, wir hatten dann die ersten Stücke gemacht und klar, also musikalisch haperte das noch so ein bisschen. Das war jetzt nicht Stili Dan. So wie heute. So wie heute. Aber es war ja vollkommen egal. Und vor allem hatten sie halt einen entscheidenden Hinweis gegeben, nämlich, dass es, wenn wir eine Band zusammen machen wollten, es sozusagen gesetzt sei, als Praxis, dass auf Deutsch gesungen wird. Weil das war ihnen wichtig. Und während ich eben immer in meinen imaginären Bands und in meinen wirklichen Bands, die eigentlich Schülerbands waren oder so, habe ich immer auf Englisch gesungen und versucht, meine damaligen Vorbilder zu imitieren. Warum war denen das wichtig? Das war einfach eine Hamburger Besonderheit. Die haben viel mehr deutschsprachige Musik gehört als ich, also Deutsch-Punk, das ich überhaupt nicht kannte und auch heute noch kein Kenner bin. Im Gegensatz zu Jan Müller zum Beispiel, der ein unglaubliches... Aber er ist ja auch wahnsinnig mit Kiss sozusagen sozialisiert worden und hatte ja auch, könnte man sagen, einen Kiss-Tick. Ja, hatte er Zeit, weil ich weiß nicht, ob der noch so ausgeprägt ist, aber zeitweilig stimmt, hatte er auch so einen Kiss-Tick. Aber jedenfalls kannte er sich unglaublich gut aus in deutscher Punk-Musik, aber auch in deutscher New-Wave-Musik. Er war ein großer Fan von abwärts. Er kannte aber auch deutschsprachige Liedermacher wie Franz-Jubert Degenhardt zum Beispiel, das mich auch nie interessiert hat. Das kannte ich einfach nicht. Und die, und Anne genauso, die hatten, und dann waren sie natürlich schon irgendwie am Rande Teil dieser Hamburger Szene oder das, was man später als Hamburger Schule bezeichnet hat und kannten eben Leute, die da auf Deutsch gesungen haben und waren schon Fans der Band Hua und Kolossale Jugend und so. Und das war irgendwie gesetzt und für mich war das, war das Neue, das war, war, ich war hauptsächlich von, von amerikanischer und englischer Gitarren in die Musik geprägt und hab versucht, dem irgendwie so nachzueifern. Und du hast dann deine Songs übersetzt einfach? Und dann hab ich meine Songs übersetzt, dann hatte ich ein paar so gerade sowieso geschrieben. Ich hab eben permanent Songs geschrieben und da hatte ich ein paar, die ich gerade so in Arbeit hatte und die hab ich dann einfach auf Deutsch übersetzt. Und durch die Übersetzung ist was passiert, das war so ein Moment der Erkenntnis. Ah, hier passiert etwas. Während sie nämlich vorher nur Imitationen waren von Sachen, die ich zu der Zeit gerne gehört hab, ist da eine eigene Stimme rausgekommen. Dadurch, dass man, um dann einen Reim zu finden und so, musste man die natürlich so ein bisschen hinbiegen und dadurch entstand was, was vorher nicht unbedingt da war, Humor. Und auch eine Distanz zum eigenen Material, die ich ganz wichtig fand. Die fandest du damals wichtig? Ja, die fand ich total wichtig, weil ich merkte so, das ist, das hat jetzt in dem Moment, wo es Deutsch ist, vielleicht weniger mit mir zu tun, als der ursprüngliche Song auf Englisch. Interessant. Also, es gibt ein Stück, das war eines der ersten, das wir gemacht haben, die Idee ist gut, doch die Welt noch nicht bereit. Und ich glaube, das hieß auf Englisch Happy Day oder sowas. Und das hatte sich so an, ja vielleicht an Velvet Underground und an Bands, die sich sehr mit Velvet Underground und diesem Stil identifiziert haben, wie die Go-Betweens zum Beispiel orientiert. Und es war so, du kennst das, du bist ja auch Musiker und man weiß ja auch, was für Musik du gemacht hast, das war so, hatte sich so an so Bimp-Pop-artigen Sachen, wie sie so in England und Australien und so in den, um 94, 95, 96 so entwickelt haben, orientiert. Und da kommt eben die Zeile vor, bla bla bla, geh dahin, if you go to the station und da kam das Wort Ice Cream vor, kommt oft in englischen Songs vor. Und dadurch, dass ich das übersetzen musste, musste sich das ja irgendwie reimen und dann kamen diese Zeilen wie, lade sie zum Eis, ein Stracciatella oder Nuss. Und das ist natürlich wahnsinnig komisch, dass man dann plötzlich diese doofen Eissorten da singt. Und das schafft natürlich eine gewisse Distanz, weil man selber über den eigenen Text lachen muss, während der vorher, wenn man ihn gesungen hat, ja voll darin aufgegangen ist. Weil was ja passiert ist, ist eigentlich dadurch, dass es Stracciatella oder Nuss wurde, ist es ja zu einer ganz großen Identifikation gekommen. Also dadurch ist es ja plötzlich, dass man, also so ich in Südbrandenburg eine Kassette bekommt, wo die ersten beiden Alben drauf waren und dann denken, das gibt es ja nicht. Die essen das gleiche Eis wie ich. Und deswegen war ich überrascht über die Distanz, weil für mich hat das natürlich die ultimative Nähe hergestellt. Aber das ist der Trick, derjenige, der schreibt oder diejenige, die schreibt, muss nicht aus der Nähe schreiben, sondern aus der Distanz. Aber diejenigen, die es hören, die müssen sich dem nahe fühlen. Ah, das ist ein guter Trick. Ich erinnere mich noch an mein erstes Konzert. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo es war, ob es in Potsdam, Waschhaus war oder Conny Island in Leipzig. Bestimmt in Potsdam, weil in Conny Island haben wir später gespielt. Das war bestimmt in Waschhaus in Potsdam. Waschhaus in Potsdam wahrscheinlich. Und da hat es mich total getroffen, insofern, dass erstens im Raum alle gleich aussahen. Also so wie ich und ich wie die und die auf der Bühne auch. Und dann ist dieser Raum voll und alle singen zusammen, ich bin alleine und ich weiß es und ich finde es sogar cool. Und das ist ja völlig irrsinnig eigentlich, dass ein Kollektiv singt, ich bin alleine. Und ihr habt in dem Moment ja eigentlich war das diese Jugendbewegung. Wie ist es euch ergangen auf der Bühne? Also wir haben uns natürlich gesehen gefühlt, verstanden gefühlt, das Spiegelbild und so weiter. Aber wie ist das, wenn du dann runter guckst oder ihr runter guckt und dann sagt, krass, die sehen ja aus wie wir. Also für uns war es ein bisschen befremdlich zu der Zeit und das bedauere ich wahnsinnig. Wir waren nämlich damals noch nicht so cool wie heute, dass man, also da gab es vielleicht ein bisschen zu wenig Distanz zum eigenen Ich. Wie man oft so ist, wenn man sehr jung ist, nimmt man sich unglaublich wichtig und so. Und heute würde ich denken, ja jetzt ist ja ein Rockkonzert, das soll ja so sein. Aber damals hat uns oder mich jedenfalls das schon auch befremdet, genau der von dir beschriebene Vorgang. Dass das, was wir so eigentlich fast als Privatwitze in unserem Proberaum und dann unter einem sehr, das waren ja immer sehr exklusive, im wahrsten Wortsinne, Veranstaltungen, bei denen wir vorher gespielt haben, in irgendwelchen Kneipen in Hamburg oder in irgendwelchen. Das war sehr so für Eingeweihte und da fühlte man sich dann so verstanden unter denen und wir waren einfach noch nicht so darauf vorbereitet, das, was wir da so in unserem Kämmerchen ersonnen haben, so in die weite Welt zu tragen und dass sich plötzlich Leute damit identifizieren. Das ging so ein bisschen schnell. Trotzdem war es natürlich eine wahnsinnige Erfahrung, dass man das Gefühl hat, man wird gehört und man macht eine Platte und Leute hören sich das wirklich an und die finden das super. Und das hat einen natürlich auch unglaublich stolz gemacht, weil es natürlich genau das war, was ich immer wollte. Aber in dem Moment, wo man es hatte, fand ich es fast ein bisschen verstörend. Ja, aber ich fand in deinem Buch gibt es einen unfassbar schönen Text, finde ich, da schreibst du aus der 14-jährigen Perspektive und der endet mit, ich habe die Hoffnung, dass es da jemanden gibt, jemanden, der mich erkennt, der mich an der Schulter fasst und sagt, du bist ja genauso, wie ich mir mein Leben vorstelle oder du bist genau wie ich, du bist mein Spiegel. Und plötzlich sind es eben nicht nur eine Person, sondern irgendwie Tausende. Und das ist natürlich ein bisschen beängstigend. Ja, das ist das Monster vielleicht, was man… Genau, genau, das ist ein bisschen beängstigend und das ist natürlich, da wird man den aus diesem Gefühl der Privatheit, was mir ja offensichtlich wichtig ist, so rausgerissen und wird zu so einer öffentlichen Figur. Und damit muss man erstmal lernen, umzugehen. Auch wenn die Öffentlichkeit jetzt natürlich nicht die von, von, weiß ich nicht, was damals, von einem großen, von Nirvana oder von, also, aber es ist im Prinzip dasselbe Problem. Ich glaube, das war auch das Problem von Kurt Cobain. Ja. Dieses, plötzlich identifizieren sich Leute mit mir und ich habe aber doch nur was gemacht und ich weiß gar nicht, ob das gut ist und also da kommen dann Selbstzweifel und, und, und ich finde das aber ganz gut, weil man bleibt halt ein bisschen unkorrumpierbarer. Also man wird von dem Erfolg nicht, wenn man, wenn man da so zerknirscht, ein bisschen zerknirscht darauf reagiert, dann wird man nicht so ruhmsüchtig und nicht so süchtig nach, nach Prominenz und so, was uns tatsächlich alle nie interessiert hat. Das heißt, dieser Zweifel oder dieses, man denkt so, um Gottes willen, was soll das denn jetzt? Dieser Gedanke bringt dann wieder die notwendige Distanz, um eben nicht zu denken, wir verkaufen jetzt Trainingsjacken bei Zalando. Genau, genau. Ja, das gab es ja damals auch noch nicht. Ja, das gab es auch nicht, aber so im Prinzip. Genau, deshalb hat man ja dann innerhalb von relativ kurzer Zeit, haben wir ganz viele Alben rausgebracht und weil wir das Gefühl hatten, wir müssen uns irgendwie richtig stellen und wir müssen jetzt, das ist jetzt vielleicht noch nicht alles gesagt und das ist, das wirkt auf eine Art wahnsinnig manisch und auch so ein bisschen verzweifelt. Aber ich finde das künstlerisch schon interessant, dass man von 1995 bis 1997 schon dann vier Alben rausgebracht hat in nur zwei Jahren und dann, darauf sind dann immer noch schon nur, schon fast immer 20 Stücke oder so und das sind so Statusmeldungen und auch so ein bisschen so, glaube ich, oft auch Versuche, was richtig zu stellen und zu sagen, so jetzt, jetzt ist es aber vielleicht anders oder jetzt fühle ich mich so oder jetzt. Also das hat was total Irrsinniges. Man war da sehr getrieben, glaube ich. Aber ich meine, du bist ein paar Jahre älter als ich, aber für die Hörer und Hörerinnen war es ja eben genau, also war in dieser Zeit ja auch so viel passiert, man hat den ersten Ärger, den richtigen Ärger mit den Eltern, die erste Liebe, man zieht von zu Hause aus, man möchte Teil von einer Jugendbewegung sein und so weiter. Also es sind ja auch diese Statusmeldungen, das sieht man jetzt ja auch, wenn, keine Ahnung, 17 bis, ja leider auch, keine Ahnung, 65 Jahre die ganze Zeit um die TikTok, Twitter und so weiter Statusmeldungen gehen. Also das ist eigentlich dieses Bedürfnis. Also ich fand das total super. Das war eigentlich eine Vorform von dem mir verhassten Social Media. Du hast eigentlich Social Media gesungen, du hast gesungene Tweets. Genau, ja das waren vielleicht sowas wie gesungene Tweets. Ja, weil die Stücke waren ja teilweise auch so kurz. Die waren sehr, sehr kurz, genau. Das stimmt, da ist was dran. Und wie hast du dich davor geschützt? Also es muss ja irgendwann einen Moment gegeben haben, in dem ihr euch so ein bisschen, ich stelle es mir vor, als gäbe es irgendwann so eine Satzung bei Tokotronik. Also so ein bisschen so eine Satzung, so eine Art, okay so machen wir das und das machen wir nicht mehr. Um dem auch so ein bisschen so eine Art anderen Rahmen zu geben. Also für mich fing das so ein bisschen an mit K.O.U.K. eigentlich zu merken, so eins zu eins ist jetzt vorbei. Das war dann das Stratpunkt danach, genau. Ja, ich würde sagen, das war schon ein Prozess. Und eine Satzung in dem Sinne, das würde jetzt wieder diesem anti-autoritären Geist widersprechen. Aber es gibt natürlich Ereignisse, wo man versucht hat, Dinge richtig oder klarzustellen. Also ich erinnere mich, das war damals ein bisschen eine kleine Sensation oder Skandal, dass wir einen Preis von dem Fernsehsender Viva erhalten haben. Und das war 1996. Und der Preis war der Newcomer-Preis für Musik. Und der hieß Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben. Und weil wir immer so Hardcore-Punk, Links, Hafenstraße, ich hatte das alles schon so erwähnt, so sozialisiert waren, waren, fanden wir natürlich sozusagen den nationalistischen Beigeschmack, den der Preis mit transportiert hat. Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben. Und auch die Paarung dieser drei Begriffe, also äußerst problematisch. Noch immer. Ja, ich finde das immer noch problematisch. Ich würde jetzt natürlich, wäre ich natürlich so ein bisschen, ich wüsste natürlich, was damit gemeint ist, würde ich sagen, ja, das soll halt heißen, ihr seid jetzt hier die Newcomer im deutschsprachigen Segment. Aber in dieser Paarung und in dem damaligen Diskurs, um zum Beispiel auch Radioquoten für deutschsprachige Musik und so, das wurde damals so von Heinz-Rudolf Kunze lanciert. Und das fanden wir auch kacke, weil das so nationalistisch in unserem Befinden nach war. Und da haben wir uns entschlossen, dahin zu gehen, zu dieser Viva-Komet-Preisverleihen und den Preis öffentlich abzulehnen. Ach genau, nicht sozusagen vorher zu sagen, der machen wir nicht mit, sondern ich erinnere mich, das auch irgendwie noch. Dann haben wir das öffentlich abgelehnt. Und das hat denen auch nicht so gut gefallen bei Viva. Aber ich will nur damit sagen, da gab es solche, weil du Satzungen gesagt hast, es gab bestimmt Kodizes, irgendwelche Verhaltensmaßregeln oder ähnliches. Weil diese Zeit so geprägt war von Verhaltensmaßregeln im Indie-Musikbereich, die vielleicht wiederum auch, wenn man sie so eng auslegt, Schuld an Kurt Cobains Tod waren in gewisser Hinsicht. Weil eben Erfolg und ein Welterfolg, wie ihn Kurt Cobain und Nirvana hatten, in diesem Indie-Verhaltenskodex nicht vorgesehen war. Also das hat schlechte Seiten, aber ich fand, es hatte auch, so wie alle diese Normen, gute und schlechte Seiten haben auch ganz gute Seiten, nämlich, dass man halt, ja heute würde man sagen, man war aware bestimmten Dingen gegenüber. Und sei es nur die Paarung der Begriffe jung, deutsch und auf dem Weg nach oben, wo man dann als nationalistisch oder irgendwie chauvinistisch oder mindestens äußerst ungeschickt brandgemarkt hat. Und solche Dinge waren das, wo man versucht hat, sich abzugrenzen und zu sagen, nee, so wie wir uns haben wollt, sind wir aber eben doch nicht. Ich fand das damals total interessant, weil es so eine Ambivalenz gab, nämlich zum einen zu merken, da ist eine Band, die eindeutig eben aus einem irgendwo Hafenstraße kommt. Und also diese Haltung zu merken und diesen punkigen Einschlagen. Punkig, ja, würde ich sagen. Und dann aber diese unfassbare Höflichkeit. Und das ist so ein, also das weiß ich auch noch, dass das meine Eltern auch dann, das mochten die dann, dass die irgendwie diese Band, die ich gut fand, irgendwie nicht auf den Boden gespuckt hat, sondern immer schön Bitte und Danke gesagt hat. Und aus dieser, diese Gegensätzlichkeit so fand ich total interessant und auch heute noch eigentlich. Also ich glaube, das ist was, ich habe mir da neulich, das ist wirklich schön, wie du das ansprichst, ich habe mir da neulich Gedanken gemacht. Und manchmal fällt einem echt, ja, fällt einem erst nach Jahrzehnten der Groschel. Ich weiß nicht, ich saß so auf dem Balkon und habe geraucht. Und dann dachte ich so, also das, was bei uns total, alles, was wir machen seit Jahren bestimmt, ist einerseits der totale, unbedingte Wille, geliebt zu werden und in einer Gemeinschaft aufzugehen. So, ich möchte Teil an der Jugendbewegung sein, aber eine panische Angst davor, vereinnahmt zu werden. Absolut, ja. Und das ist wirklich strange und echt ein bisschen schizophren. Aber haben wir das nicht alle? Ja, vielleicht. Also diesen, das Umarmende, den Freiheitsdrang, die Autonomiephase der Kinder und dann aber auch unbedingt Zugehörigkeit, Familie und so weiter. Also das ist, ob von Achtjährigen, 14-Jährigen, das kommt ja eigentlich immer, immer wieder. Aber interessant, dass dir das jetzt erst aufgefallen ist. Ja, es ist mir so aufgefallen, dass sich das durch die ganze, durch das ganze Werk, wenn man das so nennen mag, zieht. Ist dir oder ist euch aufgefallen, dass euch, oder das ist nur meine Beobachtung, dass euch mehr Männer hören? Nein. Weil du das erst ja auch gesagt hast, ist es sehr offen formuliert, Mann, Frau. Ja, nein, im Gegenteil, ich finde, das war schon immer sehr, sehr erfreulich gemischt. Okay. Und ich weiß noch, dass es Mitte, oder Anfang, Mitte der 90er, als wir angefangen haben, da zeigt sich, wie tief verwurzelt so eine mysogyne Haltung auch in diesem Indie-Muff war. Und das war fast als abwertendes Urteil gemeint, war, dass das, uns hören ja so viele Frauen. Also das war dann so ein bisschen gleichbedeutend, wie, das ist so eine Teenie-Schwarm-Band. Ah, interessant. Weil das waren auch damals schon immer unglaublich viele junge Frauen auf unseren Konzerten, die dann auch noch mal ein bisschen jünger waren, als wir, die wir damals auch jünger waren. Und das hatte einen so ein bisschen in den Ruch, so der Teenie-Pop-Band gebracht, innerhalb dieses Indie-Kontextes. Und habe ich schon damals als unglaublich frauenverachtend wahrgenommen. Und totalen Männerschrott. Das ist so, nur wir Typen, wir wissen, was die richtige Musik ist und so. Ja, vollkommen. Ich habe nur, ich kenne nur wirklich viel, viel Tokotronik-Jungs und jetzt Männer und weniger Frauen sozusagen. Und ich weiß das auch noch, als wir das früher gehört haben, dass das eher dann auf der Tanzfläche eher Jungs waren, die nicht so Glück mit den Mädchen hatten, die sich sozusagen miteinander dann gefunden haben. Okay, das kann natürlich sein, das ist so ein bisschen dieses Loser-Image oder sowas, was man kultiviert hat. Aber ich muss dir da widersprechen, also es ist eigentlich, man merkt ja oft bei Rock-Konzerten oder in der ganzen Rock-Kultur ist ja ein deutlicher Männer-Überhang und so. Und bei Konzerten bestimmter Bands, also würde ich sagen, geht so der Männeranteil in die 99 Prozent. Voll. Aber das war bei uns eigentlich nie so. Also es waren immer auch sehr, sehr viele Frauen da und ich fand das immer super. Dieses sehr klare, also dieses klare, so Anti-Mysogen zu sein und so, also das ist ja so etwas, was jetzt viel mehr, du hast erst das schöne Wort Aware gesagt, was jetzt viel mehr da ist, so auch bei Männern. Also dass Männer sich als Feministen bezeichnen und all das. Warum war das bei dir schon so früh da oder warum wart ihr schon so früh Aware? Ja, es hat was mit dem Umfeld zu tun. Ich habe mich eben immer so für kunsttheoretische Texte interessiert, weil ich immer auch Art-Fan war. Und da war das so, da war das, das gehörte da dazu. Also wenn du in der, jetzt nicht in der Galerie Kunst oder der Welt der Reichen und Schönen und so, sondern in dieser kunsttheoretischen Welt gehörten feministische Theorien, frühe Queer-Theorien und all sowas immer dazu. Und ich habe das für mich, für mich hat das immer einen unglaublichen Reiz ausgeübt. Und wie ich schon sagte, es ging dann eben auch zu diesem Zeitpunkt Mitte der 90er so mit der Pop-Entwicklung der Pop-Kultur zusammen. Es gab dann Riot-Girl-Bands, Bikini-Kill und Team-Trash, Queercore-Bands, von denen wir Fan waren. Wir haben sogar ein Stück über diese Band Team-Trash gemacht. In Berlin gab es die Pop-Tarts zum Beispiel. Dann gab es die Pop-Tarts, die mit und die sogar vor uns gespielt haben. Und mit denen uns eine lange Freundschaft verbindet. Und das hatte sich, also das war around, popkulturell, aber vor allem würde ich sagen, so in diesem kunsttheoretischen linken Zusammenhang. Und das war auch die Zeit, als die ersten Bücher von Judith Butler ins Deutsche übersetzt wurden. Das erste Mal, dass man von Begriffen wie Gender Studies und all sowas gehört hatte. Und mich hat das irgendwie, mich hat das immer wahnsinnig angezogen, diese Welt, so wie man Entdeckungen in einem geilen Plattenladen machen kann und denkt, wow, was ist das denn hier für eine geile Scheibe? So habe ich bei vielen dieser Büchern gedacht, wow, was ist das denn für eine geile Schreibe? Und für ein geiler Gedanke dann auch. Ja, und für ein geiler Gedanke. Und das hat irgendwie so was Subkulturelles und was Cooles und Cooles Wissen. Und das war zu der Zeit auch noch nicht so akademisiert. Also das war fast, wenn man das von solchen philosophischen, theoretischen Texten sagen kann, Underground. Und mich hat das angezogen und daraus hat man irgendwie schon früh viel gezogen. Mit welchem Bild von Männlichkeit und Weiblichkeit bist du aufgewachsen? Also popkulturell wahrscheinlich mit so einem sehr ambivalenten, ja, also David Bowie war da wieder mit Let's Dance aktuell. Also das war dann so Anfang der 80er, als ich so und dann eben dieses ganze New Romantic Männer Bild, also dieses sehr effeminierte Männer Bild, was so, also Boy George zum Beispiel. Stimmt. Und George, es gab die ersten Künstler und Künstlerinnen, die eigentlich offen schwul waren, Männer, Boy George oder Jimmy Somerville von, was war das, Bronski Beat oder von Erasure. Ich finde schon, das hat einen geprägt, Marc Armand, das hat einen schon geprägt, ja. Du hast mal gesagt in einem Interview mit Nitz Bogeberg in einem Podcast, dass du, wenn du es dir aussuchen könntest, eigentlich lieber eine Frau wärst. Ich habe das vor ungefähr zehn Jahren mal gesagt, weil wir ein Album gemacht haben, das sich sehr stark mit Identitäts, dem was man heutzutage mit Identitätspolitik oder Identitätsfragestellung beschäftigt hat. Das war das Album davor, das hieß, wie wir leben wollen. Ach so, stimmt. Und das ist sehr gesättigt mit Theorien aus diesem Bereich. Also es gibt da die Zeile, sieh mich an, ich bin ein weißer, heterosexueller Mann, du kannst mich abschieben, wenn du willst. Das sind eigentlich Themen, die man erst jetzt so im Allgemeinen… Jetzt ist es total überall, ja. Genau, und das war 2012, 11, 12, als wir das Album geschrieben haben und Anfang 2013, als das rauskam, noch nicht so. Ich hatte das Gefühl, es wirkt auch ein bisschen überfordernd auf viele Hörerinnen und Hörer. Vielleicht auch zu Recht, vielleicht war es auch ein bisschen… Zu früh. Zu viel oder ein bisschen Rokoko in seiner Überdeterminiertheit oder so, was da alles rein und hier noch und da noch. Und im Zuge dieses Albums hatte ich ein Interview gegeben und habe die Äußerung gemacht, ich wäre eigentlich lieber eine Frau. Und das war natürlich zum damaligen Zeitpunkt provokativ und das war auch für irgendein Klatschblättchen, glaube ich. Und die haben das dann auch gleich aufgegriffen. Aber ja, wenn ich jetzt die Wahl hätte, wäre ich, glaube ich, lieber eine Frau. Ich habe mich gefragt, warum du es nicht bist. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das fragen darf. Ja, 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 ja. Ich weiß, natürlich sind mir die Debatten bewusst und so, aber das interessiert mich in dem Zusammenhang jetzt nicht so. Also ich bin ein Mann und ich bin es auch ganz gerne, aber ich habe versucht zu sagen, wenn ich die Wahl gehabt hätte, wenn ich es mir bei meiner Geburt hätte aussuchen können, dann wäre ich lieber eine Frau gewesen. Und wie fühlt es sich an, Mann zu sein? Also fühlst du dich als Mann? Das ist vollkommen okay. Nee, nee, aber fühlst du dich, also das ist ja auch, weil wir erst über Anteile und all das gesprochen haben. So wie jeder, glaube ich, gibt es da, ist das anteilig und je nach Tagesform und je nach Tageslaune unterschiedlich. Also das finde ich, da finden permanent Metamorphosen statt. Das ist nichts Neues, dieser Gedanke. Das ist der Gedanke der Metamorphose, also dass man sich verändert oder Magnus Hirschfeld hat von Zwischenstufen geredet, ein ziemlich antiquierter Begriff, aber es ist irgendwie ganz schön. Also das kann sich ja verändern und man fühlt stärker feminine Anteile oder maskuline Anteile in sich. Und was glaubst du, woran liegt das da? Oder es gibt auch die Möglichkeiten des Neutralseins. Wir haben zum Beispiel auf diesem, wie wir leben wollen, aber auch ein Stück, das heißt Neutrum. Das ist auch eine interessante Vorstellung, dass man nichts von allem ist. Was glaubst du, woran liegt das, dass das jetzt aber so ein, jetzt ist es da, jetzt ist das weißer Zismann und all das spielt jetzt eine ganz, ganz große Rolle. Und es fängt aber auch an, dass, keine Ahnung, klassischere Männer sich ein Nagellack drauf machen und so sozusagen so gucken. Naja gut, das ist Zeitgeist. Dann würde ich sagen, wenn du jetzt vom Nagellack sprichst, ist es natürlich ein großes Interesse der Kosmetikindustrie, dass man die Zielgruppe ausweitet. Also das ist klar, das verschränkt sich in diesen Debatten natürlich sehr viel. Konsum auch direkt. Ja, da ist ein hoher Anteil Konsum drin. Dann glaube ich sind eben viele dieser Theorien, über die wir gesprochen haben, die Anfang der 90er das erste Mal überhaupt in Deutsch, auf Deutsch publiziert wurden und so viel früher auch noch nicht auf Englisch, dann über, also sozusagen in den akademischen Betrieb eingespeist. Und die sind jetzt, die sind, also sozusagen Klassiker, das wird behandelt. Und wenn man heute Studierender ist, dann kriegt man das, kriegt man das beigebracht, Kulturwissenschaften oder Gender Studies. Es gibt überhaupt die Tatsache, dass es Studiengänge gibt, die Gender Studies heißen, ist ja noch nicht so lange her. Und so sickert das natürlich in der Gesellschaft ein und verändert eine Gesellschaft auch, Gott sei Dank, ein bisschen. Und ja, dann glaube ich ist die Selbstbezeichnung und die Identifikation ist natürlich was, was sehr stark auch mit dieser Performance in den sozialen Medien zusammenhängt. Also was bin ich, diese Fragen, was bin ich, wer bin ich, wie stelle ich mich da dar, die spielt ja eine ganz große Rolle. Frage nach der Identität und deshalb glaube ich ist das so, ist das sehr, sehr wichtig geworden. Überhaupt die Frage nach Identität. Wie würdest du die beantworten, die Frage nach der Identität? Das ist ein Wort, was mir nur ganz schwer über die Lippen kommt, ehrlich gesagt, weil mir ist das nicht so wichtig. Das hat immer mit der Generation zu tun. Ich komme aus einer Generation, wo sozusagen, wo die Identität über das Kostüm, das ist die Jugendbewegung, über die Kostümierung und über das Image oder so geht. Aber wie meine wirkliche Identität aussieht, das will ich gar nicht wissen oder das interessiert. Das kommt mir sehr schwer über die Lippen überhaupt, dieses Wort anzuerkennen. Ich verstehe, dass das für Leute unendlich wichtig ist, aber für mich, ich kann das Wort kaum gebrauchen. Ebenso wie Authentizität, das ist für Leute auch unglaublich wichtig, dass sie ihr wahres Ich kennenlernen und dass sie authentisch handeln. Und das ist auch was, was mir vollkommen fremd ist. Voll interessant, okay. Also das heißt, können wir darüber reden? Ja, irgendwo sind dann meine Fähigkeiten auch begrenzt. Also ich bin kein Philosoph oder irgendwie so was, aber ich stelle das bei mir fest, dass Leute von Identität, das ist für Leute irre wichtig. Und mir kommt das Wort schwer über die Lippen, weil ich nicht weiß, was das ist. Mich strengt das an, was soll das sein? Denn welches ist meine Identität? Ich weiß es nicht. Das heißt also, es ist für dich insofern, du bist so wie du bist und das ist dann, also so begrafen wie das? Nee, das würde ich auch nicht sagen, das wäre ja Authentizität. Ich würde sagen, das wird irgendwie täglich, stündlich, minütlich neu ausgehandelt oder so. Das ist in Bewegung, da ist irgendwas, für mich ist es nichts Festgeschriebenes oder so. Ich verstehe aber natürlich die Debatten, weil es gibt natürlich sehr, sehr viele Leute, die können sich gegen eine festgeschriebene Identität nicht wehren. Und deshalb ist es für die sehr wichtig, das finde ich absolut richtig und wichtig so. Nur für mich selber persönlich spielen Begriffe wie Identität, Authentizität, Selbstfürsorge, all diese ganzen Sachen. Das sind für mich so Begriffe, die ich nicht benutzen würde. Weil du sie einfach nicht fühlst? Ich mag die nicht. Du brauchst die offensichtlich auch einfach gar nicht. Ich finde, die sind irre ideologisch auf eine Art. Ja, ich sehe nämlich in deinem Gesicht auch eine Anwiderung. Ja, also es geht bis zur Anwiderung. Kannst du mir das erklären? Das ist mir zu, da ist unglaublich viel Ego drin und unglaublich viel Ich und ich denke immer, davon muss man wegkommen. Deshalb auch das, was wir zu Anfang des Gesprächs hatten. Es geht bei vielen unserer Stücke um dieses Verschwinden des Ichs, um die Auslöschung des Ichs, um so eine, um so eine, das ist eine Utopie oder eine Vision oder ein Traum, dass man vielleicht eben nicht mehr dieses Ich ist, sondern gar nichts mehr oder aufgelöst im Nichts oder so. Und das finde ich interessanter als dieses Permanente, diese Selbstvergewisserung, wer bin ich, bin ich auch wirklich ich, bin ich richtig so, wie ich bin und so weiter und so fort. Das sind für mich fruchtlose Beschäftigungen. Weil die sich so um die eigene Achse die ganze Zeit bringen. Ja, genau. Aha, aber als Künstler ist es ja ganz oft auch so dieses, was ist in einem drin? Ja. Wie unterscheidest du das? Also diese in dich reingehen? Ich weiß nicht, ob das in mir drin ist. Vielleicht ist das auch außen. Also vielleicht ist das was, das weiß ich nicht. Vielleicht ist das, was man als Seele bezeichnet oder so oder inneres Selbst. Vielleicht ist das auch irgendwie außen. Vielleicht bildet sich das auch irgendwie um einen herum ab oder am Körper ab oder so. Ich weiß das nicht. Ich kann das nicht. Wie gesagt, das wird jetzt, das wird jetzt, wie sagt man, das wird jetzt Schmalspur. Da wird jetzt gefährliches Halbwissen. Ich will kein gefährliches Halbwissen. Aber vielleicht, es sind ja so Ideen. Vielleicht gibt es das gar nicht, die Seele. Vielleicht ist das, oder ist die Seele außen. Und ich weiß es nicht. Du bist ja ein, deswegen, wir kommen ja auch gleich wieder ins Weltliche, aber du bist ja ein Frühaufsteher. Also nicht nur sozusagen, was den heutigen Tag betrifft, sondern eben auch, dass du eben Themen auch schon vorher für dich siehst und begreifst und anfängst zu forschen. Also dass du mit Gender Studies irgendwie schon Ende der 90er oder 90er… Ja, das war kein Wahnsinnsverdienst. Das war, damals lag das in der Luft. Ich habe es nicht gehabt. Aber du warst auch ein bisschen jünger. Ja, stimmt. Das darfst du nicht vergessen. Wie viel jünger bist du? Ich bin jetzt 42. Gut, guck mal, ich bin 50. Ja. Und werde im März 51. Also das sind dann fast zehn Jahre oder neun Jahre. Und das macht natürlich einen Wahnsinnsunterschied, weil 1995 oder 96 war ich 24, 25. Und habe mich natürlich für solche Sachen interessiert. Da warst du aber gerade mal 17. Und natürlich mit 17 hätte ich jetzt auch keine Gender Studies Bücher gelesen. Aber trotzdem kenne ich, also du kennst ja dann auch diese Frage. Das ist manchmal Zufall, wie man in diese Sphären hineinwächst und was ist da gerade around. Und man hat gerade das richtige Alter, dass man sich dafür interessiert. Und so ist es ja bei vielen jungen Leuten heute auch mit den Themen, über die du gesprochen hast. Ja, ja, voll. Das ist natürlich einfach auch ein ganz großes Thema für die Non-Binarität und so weiter und so fort. Gender Fluidity und sowas. Und glaubst du, dass die das sich vielleicht zu kompliziert machen? Also vielleicht auch aus... Nee. Nee, ich finde das super. Ja. Ich finde das super. Songs. Weil du erst auch schon sagtest, du weißt gar nicht, woher das jetzt so kommt. Kommen die Themen aus dir heraus, sind die um dich herum. Ja, weil da auch so viel Arbeit involviert ist. Ja, klar. Das geht ja viel um Aufsaugen, wie so ein Schwamm. Und um Porosität. Deshalb vielleicht sickert das ja eher von außen in einen ein, als dass es von innen nach außen kommt. Ach so. Ah ja, das heißt, wenn du läufst, du bist als, ich sehe dich jetzt als Spongebob, wie heißt der? Spongebob, genau. Durch die Welt laufen und die Sachen kommen rein und dann irgendwann vielleicht auch wieder raus. Genau. Eie. Das ist so ein Verdauungsvorgang. Wie bei Spongebob, genau. Ja, du bist der Verdauer hier. Jetzt machst du das seit 35 Jahren. Nee, 28 Jahre. Also Songs schreiben vielleicht seit 5 Jahren. Ja, das stimmt. Warum machst du es noch immer? Ja, das kann nichts anderes. Ich habe nicht viel anderes gelernt. Ist das etwas, was du gern machst? Ja, ich liebe das. Ja? Also wenn man in so einem Flow ist, ist das das schönste Moment überhaupt, dass wenn man zu Hause sitzt mit der Gitarre, dann sitze ich da so am Küchentisch oder so und einen Kaffee oder irgendwie und dann, und wenn einem da was einfällt und man hat das Gefühl, jetzt hat man das irgendwie gepackt und das funktioniert und mit Music und Lyrics und das Ding läuft, irgendwie. Und man muss nicht mit so viel Mühe das zurecht basteln, sondern im besten Fall hat das so ein Eigenleben und man kann es fühlen. Ja. Dann ist das das schönste Moment der Welt, weil man dann durch den Tag läuft und denkt, wow, ich habe einen Song gemacht. Aha. Und merkst du, also diese, es gibt ja den Unterschied wirklich, da kommt was raus, es ist im Flow oder es kommt von außen rein, wie auch immer, aber es entsteht so fast schon wie von selbst. Und manche Sachen sind dir dann aber in der Kunst erarbeitet regelrecht, wo man, man sucht noch das Richtige und so weiter und so fort. Und gibt es für dich, wenn das dann auf dem Album ist, wenn wir jetzt das neue Album uns, wie gesagt, das gibt es noch nicht, deswegen ist es schwer, wenn man das jetzt so nachvollziehen kann, aber gibt es für dich einen Unterschied, wenn es dann fertig ist, wenn du das dann Leuten vorspielst, merkst du, dass die Sachen, die aus einem Flow herauskommen, auch anders berühren als Sachen, die du handwerklicher geschrieben hast? Ganz unterschiedlich, da muss man auch dazu sagen, dann sind wir als Band natürlich auch ein Kollektiv und auf die eine oder andere Art wird natürlich an den Songs mitgearbeitet, auf der musikalischen Seite sowieso, weil das spielen wir zu viert ein oder jeder spielt da was da drauf und aber auf der textlichen Ebene ist es zum Beispiel so, dass ich meistens zu einem sehr frühen Stadium schon mit Jan Müller, unserem Bassisten, konferiere, weil der sich selber auch für Texte interessiert, auch selber schreibt. Podcastet. Podcastet, genau, das sollen wir hier nicht unerwähnt lassen, und dann reden wir darüber und oft werden Stücke auch sozusagen mit seiner Hilfe erst zu dem, was sie sind, also dann ist er vielleicht ein bisschen sowas wie ein Lektor, ich habe eine Idee und dann bringt er das aber so ein bisschen in eine andere Richtung und er sieht was, weil man ist natürlich auch oft betriebsblind. Wird es leichter oder schwerer Songs zu schreiben? Also wenn man jetzt anguckt, die ersten Jahre, da haben wir erst schon gehabt, diese Manie, dieses raus, 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 raus. Das bleibt sich eigentlich relativ gleich. Ich glaube, die Ansprüche steigen natürlich, weil man will ein bisschen, vielleicht ein bisschen interessantere Musik machen als am Anfang. Die Musik, die wir die ersten Alben gemacht haben, ist sehr rudimentär. Aber es war auch die Musik, die für ein Trio geschrieben war, die oft sehr rudimentär ist, wenn man jetzt an Motorhead denkt zum Beispiel. Also Trios sind ja oft so, das ist eben Bass, Schlagzeug, Gitarre. Man hat da nicht viel Möglichkeiten. Dann ist seit 2005 Frick bei uns dazu gekommen als zweiter Gitarrist und wir arbeiten auch mit Leuten, die für uns Dinge arrangieren. Zum Beispiel beim neuen Album ein toller Hamburger Arrangeur Friedrich Paravicini, der das schon das zweite Mal für uns gemacht hat. Er ist ein wirklich genialischer, auch total verspinnerter Musiker, der alles spielen kann und sich für Filmmusik und Score und ähnliches interessiert. Und er hat uns viele Sachen geschenkt. Also so werden die, also viele seiner, seiner Einfälle und seines Talents geschenkt. Und so werden die Stücke teilweise komplexer oder vielschichtiger oder gehen auch mal in eine andere musikalische Richtung als dieses drei Akkorde, schrumm, schrumm, schrumm. Und insofern steigt vielleicht der Anspruch, aber sozusagen das Rohmaterial zu schreiben, das bleibt sich ziemlich gleich. Das ist immer der gleiche Vorgang, seit ich mit 14, 15 in dieser Einliegerwohnung saß und mit der Gitarre umgeschummelt habe. Das heißt, es ist auch immer noch so, du sitzt, also es gibt ja, also du sitzt mit dieser Gitarre da, ich nehme an, das ist jetzt eine Akustik-Gitarre. Akustik-Gitarre, ja. Und du, wie der 15-Jährige, so schreibt auch der 50-Jährige seine Songs. Genau. Und was ich so kenne von Musikern und Musikerinnen, je länger die das machen, dann fangen die an, irgendwann Klavier zu spielen. Dann fangen die irgendwann an, sich Logic zu holen. Dann fangen die dann schon an, den Beat zu programmieren und alles irgendwie. Also ich habe Farin Urlaub interviewt und der meint im Grunde, also die kriegen das schon so, wie es dann eigentlich sein soll, weil diese Fähigkeiten gestiegen sind und weil man sich dann irgendwie sagt, ach jetzt lerne ich doch mal noch Querflöte, um nochmal einen neuen Einfluss zu kriegen. Das hast du alles nicht gemacht. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Logic und sowas. Ich nehme die Stücke auf, was ich gerade noch beherrsche. Ich bin aber auch ein totaler Computer- und Technik-Legastheniker. Was ich gerade hinkriege ist, diese Sprach-Memo-Funktion auf dem Handy zu bedienen und dann lege ich das auf den Tisch und spiele das Stück ein, dass ich es mir merke und so schicke ich es auch an die anderen. Also das heißt, die kriegen seit Jahren die iPhone-Sprach-Memo-Funktion. Also es ist nicht die Situation, dass die zu dir kommen und du dann sagst so, jetzt war ich jetzt mal, also habe ich es gedacht, dass es so früher war? Ja, dass ich es denen sozusagen live vorspiele. Das haben wir auch schon gemacht. Ja, aber das macht ihr noch? Doch, haben wir zum letzten Album, glaube ich, mal gemacht. Ja. Bei mir habe ich mal so eine Vorspiel-Session gemacht, weil wir dachten, das wäre irgendwie schön und dann haben wir so gesagt, dann können wir doch so einen Nachmittag mit Haffi und Kuchen, ne? Dann spiele ich so was vor. Ein bisschen was über die Monster. Warum eigentlich nicht? Also nicht bei diesem Abend, sondern bei die Unendlichkeit haben wir das, glaube ich, mal gemacht. Und dann gehe ich zu einem sehr frühen Zeitpunkt zu unserem langjährigen Produzenten Moses Schneider in die Schlesische Straße, in sein Transporterraumstudio und dann nehme ich mit ihm dann Skizzen auf. Und die klingt dann natürlich schon gut. Und anhand dieser Skizzen arbeiten wir weiter. Und arbeitet ihr dann noch wirklich so Richtung, die Band steht in einem Proberaum und … Auch das, ja. Also das kommt darauf an, ob wir Live-Aufnahmen machen oder nicht. Bei diesem Album ist es ungefähr halb-halb. Es sind Stücke live aufgenommen und zwar sogar live mit Gesang. Also das ist alle in einem Raum, getrennt durch so Sound-Scheiben oder so. Und aber der Gesang wurde gleich mit live aufgenommen. Dass wirklich dieses Gefühl von hier spielt jetzt eine Band live. Das sind diese Art Stücke und dann gibt es aber auch Stücke, die sind nicht live aufgenommen, sondern sie werden geschichtet im Click-Track-Verfahren. Okay. Und ich habe das bei dem jetzigen Album, bei mir ist das bei Hoffnung gewesen, bei Crash ist das gewesen und ich tauche auf. Das sind die Songs, die mich so berühren. Berühren und ich weiß aber gar nicht, und das weiß ich eigentlich seit dem Weißen Album nicht mehr, warum. Also so, dass ich gar nicht, bei die Unendlichkeit, das ist ein bisschen was anderes, weil das sehr autobiografisch ist und da gibt es klare Bilder. Und hier aber sowas bei, ich tauche auf. Ich weiß nicht, warum mich das berührt. Ich weiß nicht, was es dann ist, weil ich den Text auch gar nicht so richtig, es ist nicht wie so ein, es ist eigentlich ein abstraktes Gemälde, was mich berührt als Song. Weißt du, das ist vielleicht eine ganz dumme Frage, aber weißt du, worüber du das singst? Ja. Ja. Und ich weiß auch, dass es in dem Moment berührend ist. Also das kann ich erahnen, weil es mich selber auch berührt. Also diese Fähigkeit habe ich zu sagen, ich weiß, dass wenn ich das jetzt selber spiele und berührt es mich selber auch. Ich habe das manchmal, dass ich selber anhand der Stücke, die ich selber spiele, sentimental werde oder Gefühle dafür entwickle oder so, dass ich davon berührt werde. Genau. Und wenn man das schafft, das ist der Gipfel des Glücks. Und dann gibt es für mich so die zwei... Und witzigerweise sind es genau diese Stücke, die du gesagt hast. Also das kann ich bestätigen, weil als ich Tauche auf geschrieben habe, das sind oft Momente, an die man sich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, wie war das eigentlich. Und weil sie oft so, ich mache das sehr oft morgens und dann ist man noch so halb verpennt und kommt so aus dem Bett und ist noch so ein bisschen zwischen Traum und Wirklichkeit und Realität und oft entstehen solche Stücke dann. Deshalb hat das Stück auch eine traumartige Atmosphäre, würde ich sagen. Und dann sind sie plötzlich da und dann hat man sozusagen noch bevor man sein Müsli gegessen hat... Ein wahnsinnig berührenden Song geschrieben. Ja und ist glücklich und kann es kaum fassen und das trägt dann natürlich einen auch so durch den Tag oder durch die nächsten Wochen und so. Und wenn das passiert, das ist... Und das passiert aber nicht so häufig. Das passiert vielleicht so drei, vier Mal. Diese Stücke braucht man auch. Und bei vielen anderen ist es ein bisschen mehr Puzzle-Arbeit. Da hat man zuerst eine Gedanke und eine Idee und das ist schon ganz geil. Und man so, ja. Und dann sagt, ja, das finde ich schon gut, aber könntest du nicht mal hier noch oder vielleicht wäre es überlegenswert mal so. Und dann wird da so mehr oder weniger sanfter Druck ausgeübt. Und dann wird da noch so weiter dran gearbeitet. Oder im Lauf der Produktion ergeben sich Sachen, wo auch Moses sagt, du, lass mal die Strophe hier, die schmeißen wir mal in den Müll, das bringt nichts. Und so, also das finde ich auch ganz wichtig, dass man diese Lektorinnen und Lektoren, die es da gibt, auch im Freundinnen- und Freundeskasse, der Familienkasse, ich spiele natürlich auch manchmal Sachen vor und frage um Rat, dass man das auch ganz ernst nimmt. Also das kann ich auch zulassen. Und sind das dann aber, Lektorat, wie ich das kenne, ist ja eher im Textbereich. Ja, ja, im Textbereich. Ja, ist es musikalisch, ist es nicht... Kommt auch vor, aber nicht so vehement. Und dann gibt es ja so diese, finde ich, so zwei verschiedene Arten von Toko-Songs. Es gibt viele, aber sowas, die Sagt alles ab, was schneller, härter, punkiger in Anführungsstrichen ist. Und dann eben die illegalischeren Songs, mehr Lana Del Rey als Slime. Das ist schön gesagt. Berühren dich Songs wie Sagt alles ab auch auf diese Art und Weise? Vor allem, wenn man es spielt, weil es körperlich und weil es so eine wahnsinnige Kraft hat. Wenn man als Rockband spielt, ist dieses punkige, verzerrte, irgendwie organisch, wild daherklöppelnde, irre reizvoll. Das macht wahnsinnig Spaß. Aber in der Küche? In der Küche funktioniert das nicht so gut. Ja, aber dann spielst du auch sozusagen... Nein, dann weiß ich natürlich, dass das übersetzt werden muss. Okay, und das erkennen die anderen dann auch? Ja, natürlich. Weil das hört sich ja sonst wahrscheinlich irgendwie... Wenn ich mir das vorstelle, du spielst Sagt alles ab auf dem iPhone, auf der Diktierfunktion ein. Und ich kriege das dann zugeschickt, würde ich wahrscheinlich sagen, huch, was war denn das für ein Morgen? Wir kennen uns jetzt natürlich schon ziemlich lange und dann wissen die schon ungefähr, was das so sein soll. Oder ich schreibe dazu, das soll ein Stück im Stil von oder sowas sein. Und so unterhaltet ihr euch auch, dass das so, okay, das soll in diese Art und Richtung gehen? Ja, genau. In Referenzen? Ja, so in Referenzen, genau. Das ist auch ganz wichtig für uns, weil wir ja keine ausgebildeten Musiker sind, die in musikalischen Fachtermini reden können. Also ich könnte jetzt schlecht sagen, ja, das soll irgendwie im Allegro non tropo oder so sein, sondern ich muss ja sagen... Alle wissen, was gemeint ist. Alle wissen, was gemeint ist, sondern ich muss ja sagen, ja, das soll so diesen Husker-Dü-Style haben. Okay. So muss man sich ja immer so behelfen. Würdest du sagen, dass das dein Beruf ist, was du da machst? Ja, im weitesten Sinne schon. Also ich lebe davon und ich mache außer Verwandten Dingen wie Schreiben, Bücher schreiben oder mal eine Filmmusik schreiben oder sowas. Nicht viel anderes. Und ja, im Grunde schon, ja. Jetzt bist du ja der Sänger und der Songwriter. Und eigentlich auch schreibst du ja inzwischen eigentlich alle Songs, obwohl du natürlich Lektorat in einem Event hast und so weiter. Oder wie schaffst du es, dass das nicht zu sehr Sonderstellung ist? Also es gibt als Band da Korrektive. Ich glaube, man kann nicht, man kann nicht, man kann nicht ableugnen, dass es in der öffentlichen Wahrnehmung diese Hierarchisierung gibt. So wie ich jetzt hier eingeladen bin zu den Podcasts zum Beispiel. Oder bestimmte Journalistinnen und Journalisten lieber mit mir sprechen wollen und so. Aber man kann natürlich so gut es geht dagegen anwirken und sagen, wir sind eine Rockband, wir sind eine Gruppe, wir sind ein Kollektiv und wir wollen auch als solches verstanden werden. Und man kann natürlich auch nach innen wirken und sagen, es gibt bestimmte Verhaltensweisen, die wir dulden und die wir nicht dulden. Oder das wird jetzt ein bisschen zu speziell, aber wenn es um die Bezahlung geht und so weiter und so fort. Was für Möglichkeiten gibt es da? Und da sind wir auf dem Trip schon immer alles für alle und das wird alles geteilt und so weiter und so fort. Das hilft sehr, weil man, es möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ein bisschen überfordernd wäre, aber das hilft sehr, eigentlich hierarchische Strukturen, die es in Bands gibt. Sänger, Frontmann, Frontfrau. So ein bisschen zu durchbrechen. Ich finde das ein ganz wichtiger, also eigentlich sogar ein wichtiger Punkt, also dieses Muskeltierprinzip eigentlich zu haben, weil es eben genau das… Das ist sehr schön gesagt, ja. Mausgetiere. Mausgetiere, ja, stimmt. Drei Mausgetiere. Muskeltierchen. Für Sie immer noch Mausgetier, bitte. Mausgetier. Und wie ist das aber so auch für dich als, also du schreibst es auch in deinem Buch, das Verspanntsein, die Unzufriedenheit, den größten Song über den Zweifel geschrieben haben. Das ist ja dann auch manchmal so ein Mensch, jetzt gucken wir mal als Vogelperspektive auf Dirk von Lotso drauf, mit Dirk von Lotso Anwesenheit, ist man ja auch manchmal eine Zumutung, also so für die Umwelt. Und das ist dann wiederum ja für einen selbst auch eine Zumutung, weil man merkt, man ist eigentlich die Zumutung gerade. Wie gehst du damit um? Oder wie kann man damit umgehen, lernen? Vielleicht ist es das eher, oder kann man das überhaupt lernen? Man sollte sich versuchen, in all seiner Exzentrität und Egozentrik und so doch noch halbwegs gut zu benehmen und andere nicht zu belästigen. Das fällt schwierig, weil das sind sehr widerstreitende Momente, aber ein bisschen Benehmen gehört natürlich dazu und ein bisschen Selbstbeherrschung vielleicht auch, außer im Straßenverkehr. Außer im Straßenverkehr ist was anderes. Bei Menschen, die lange verheiratet sind oder lange zusammen sind, da gibt es dann irgendwann die getrennten Schlafzimmer. Manchmal sozusagen um, was auch immer sozusagen. Ja, manchmal aber auch aus ganz praktischem Schnarchen. Manchmal auch Schnarchen, genau. Es kann ja alles möglich sein. Was hilft euch? Also entgegen anders lautender Behauptung, haben wir getrennte Schlafzimmer, wenn wir im Hotel überladen. Also wir mieten keine Gruppen. Das hätte ich mir schon gedacht. So weit geht die Liebe dann doch nicht. Aber ich weiß natürlich, es ist im übertragenen Sinn gemeint. Und ich glaube, genau diese getrennten Schlafzimmer sind es auch die, die die Band so lange am Leben gehalten haben. Wir lassen uns natürlich auch frei halten. Also wir sind keine Sekte. Und wir müssen nicht alles zusammen machen oder so. Wir sind eine Gruppe, wir sind ein Kollektiv. Wir wissen aber auch um die Gefährlichkeiten von Kollektiven. Also Hierarchien, Machtkämpfe, all sowas. Das muss man natürlich reflektieren. Und man muss sich natürlich auch, und hier sind wir wieder am Anfang des Gesprächs, dass Private seine Auszeit im Privaten nehmen und sagen, hier bin ich jetzt aber eben nur noch Dirk von Lothsohn oder Arne Zank oder Jan Müller oder Rick McPhail. Und nicht mehr Tocotronic-Gitarist Rick McPhail oder Tocotronic-Bassist Jan Müller oder so. Mut braucht man, glaube ich. Weil ich glaube, das ist sehr gesund. Und schließt ihr diese, das eine ist ja der Raum für einen selbst auch, auch für die große Außenwelt, aber schließt ihr diese Räume auch für euch, also zwischenmenschlich, wo ihr sagt, so jetzt, also dieses Private, so wie ich es erst verstanden habe, war für mich sehr privat Tocotronic. Also du hast es ja auch gesagt, so erstmal schreibst du diese Songs für die anderen drei. Gilt es aber auch zu sagen, hier bin ich nur Dirk und das hat mit den anderen mal gar nichts zu tun? Naja, dadurch, dass wir jetzt schon immer in Kontakt sind, natürlich, wenn ich jetzt, also natürlich, wenn ich jetzt persönliche Probleme habe oder so, dann ist natürlich Jan Müller oder Arne Zank oder Rick McPhail, dann sind das auch meine Freunde. Und dann würde ich mich auch an die wenden. Also das ist das große Glück, dass wir sowohl eine Band sind, als auch beste Freunde oder so. Also das unterscheidet sich auch von einer Ehe zum Beispiel. Also wir haben zusammen ein Business, wenn man so will, aber wir sind auch Freunde. Oder Geliebte oder wie man auch immer das nennen mag. Und natürlich, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich solche Freiräume nimmt, wie zum Beispiel Jan Müller, der den Podcast macht und sich dadurch ein neues Betätigungsfeld erschließt. Oder Arne, der gerade ein Buch rausgebracht hat mit seinen Comics, die Vögel. Und das natürlich auch, er auch als der Tagzeuger von Tokotronic wahrgenommen hat, der dieses Buch geschrieben hat oder ich habe ein Buch geschrieben. Oder Rick hat tausend andere Bands und Projekte und arbeitet als Produzent und so. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es außerhalb dieses Kollektivs noch Möglichkeiten gibt, sich zu betätigen. Und dass dafür auch die Zeit da ist. Es ist ja oft ein Konflikt in Gruppen. Ja, voll. Und vor allen Dingen da auch wieder Identifikation. Wenn du einfach nur damit identifiziert bist, Dirk von Loth, so der Sänger von Tokotronic zu sein. Und ich habe das erst schon, wir haben erst schon kurz über die Ärzte gesprochen. Ich habe Farin Urlaub interviewt und fragte ihn, warum so viele Menschen, also Künstler und Künstlerinnen, wo man denkt, die müssten eigentlich nicht mehr unbedingt so verspannt sind trotzdem noch und an einem Erfolg hinterherlaufen und gar nicht mehr aufhören können. Wo du meinst, du denkst, die haben ja eigentlich schon alles erreicht. Warum sich mühen und plagen? Naja, oder er sagte das auch, beziehungsweise zu sehr mühen, wo man denkt, meine Güte, warum so viel? Entspann dich doch mal. Und er sagte ja, die haben alle keine Hobbys. Ja, das ist wahr. Und identifizieren sich nur damit, diese eine Person zu sein. Das kann ich bestätigen, ich habe auch keine Hobbys. Oh nein. Ja. Deswegen schreibst du so viele Songs. Ja, also außer Sport. Sport ist dein Hobby? Naja, also eben Joggen gehen oder sich irgendwie sportlich betätigen oder wandern oder schwimmen gehen oder sowas, würden mir jetzt wenig Hobbys einfallen im Sinne von, außer eben andere kulturelle Tätigkeiten oder natürlich der Konsum von Kultur. Also ich gehe wahnsinnig viel ins Kino oder lese viel oder gehe ins Theater oder gucke andere Konzerte. So stelle ich mir das auch immer vor bei dir. Ja, 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 das ist auch so. Wir kommen so langsam und können wir auch mal abbiegen Richtung Ende. Ich habe noch so ein Themenfeld, Slogans. Ja. Und diese, es gibt ja, wir haben ja schon gesagt, gesungene Tweets. Jetzt gibt es ganz viel von dem, was, also Sätze von dir, pure Vernunft darf niemals siegen, im Zweifel, im Zweifel sag alles ab. Und also all die wirklich großen, großen Sätze. Behindern oder eh, behindern die dich auch manchmal? Also dieses, dass du das auch so leben musst? Nee, das kann ich schon trennen. Ja, also da gibt es einen Unterschied zwischen, also das sind ja so auch, also gerade pure Vernunft darf niemals siegen, finde ich, ein oftmals, ja, ein Satz, den ich mir nehme, wenn ich sage, also vorgestern gedacht mit einem Freund, wir wollen uns treffen, wir wollen eigentlich wandern gehen. Ähm, eigentlich nach Belgien, wird gerade von doll abgeraten, da hinzufahren. Und ich denke in meinem Kopf, pure Vernunft darf niemals siegen. Also im pandemischen Kontext ist der Satz, haben wir den auch schon richtig gestellt. Wir haben ja auch bei so einer Impfkampagne mitgemacht und dann da selbst ironisch mit dem Satz gespielt, pure Vernunft muss diesmal sein. Muss siegen, genau. Also im pandemischen Kontext wäre ich da sehr vorsichtig. Ja, aber du weißt, es sind, und wir werden jetzt auch nicht nach Belgien zu wandern gehen. Ja. Aber dieser Satz kommt zu hoch, weil ich natürlich... Warum denn ausgerechnet in Belgien wandern? Das ist doch total flach. Ja, das ist auch schön. Achso, dann ist es einfacher. Das ist nicht so, in Belgien ist ja toll, Brüssel ist großartig. Ja, ja, Brüssel ist so toll. Und dann da so ein bisschen, wir sind wahnsinnig nette Menschen. Ja, ja, ich bin auch sehr gerne in Belgien. Aber ich dachte, es ist jetzt irgendwie nicht so das typische Wandergebiet. Nein, nein, das ist eher Labayoga und Laufen und so rum. Schon gucken, schon den ganzen Tag in Bewegung sein. Aber sind diese Maxime, die es ja auch sind, also helfen die dir auch oder hindern die dich auch manchmal? Ach, das ist ein bisschen die Frage nach dem Hund und dem Ei. Und? Ja, und? Und? Jetzt sag's doch. Ich mag einfach Titel. Ich mag Filme mit starken Titeln. Ich mag Bücher mit starken Titeln. Ich mag Songtitel. Ich mag Titel. Und ich mag für einen Titel miteinander korrespondieren, weil ich glaube, diese Titel und diese Songs können auch nicht alleine denken. Also ich finde das toll, wenn sich Verkettungen ergeben, auch über Jahre hinweg. Wenn man denkt, es gibt ein Album, das heißt Kapitulation und jetzt gibt es eins, das heißt Nie wieder Krieg, das neue Album. Und darauf ist dann ein Song, der heißt Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Dann ergibt das schon wieder eine Geschichte oder eine politische Setzung. Und solche Sachen, das mag ich an Titeln, dass die miteinander korrespondieren. Oder wie du gesagt hast, im Zweifel für den Zweifel. Und pure Vernunft darf niemals siegen. Sind das Antagonismen? Schließt sich das gegenseitig aus? Oder korrespondiert das irgendwie? Für mich korrespondiert das total. Ja, genau. Und solche Überlegungen mag ich. Werkgruppen erstellen unter verschiedenen Titeln. Das ist ein Titel, der passt in diese Gruppe. Oder das ist ein Titel. Oder so komische. Du bist ein eigener Kritiker sozusagen. Spinderte Ordnungsprinzipien erstellen. Ja, nee, so eine Ordnungs-, kein Kritiker, aber dass man das Gefühl hat. Das ist ein Museumswächter. Ja, genau. Oder Kurator. So ist viel schöner, ja. Das hat uns als Band schon immer irre Spaß gemacht. Also das ist auch etwas, was aus dem kollektiven Arbeiten kommt. Und vor allem von Jan und Arne und mir, die wir zu dritt angefangen haben. Und eben diese Konzepte. Die Lust am Konzept auch. Ja, die Lust am Konzept. Die Lust an der Meta-Ebene von einer Band. Dass man reflektiert, was es heißt, eine Band zu sein. Und das Wissen über Popmusik, wie sie auch funktioniert. Und was sie sozusagen im Inneren zusammenhält. Und damit zu spielen. Und daher kommt das so ein bisschen. Aber wenn wir bei diesem Zweifelthema bleiben, das ist ja auch etwas, als wenn man das so ausruft. Wir haben es ja erst schon auch gehabt mit der Jugendbewegung. Die wird dann plötzlich, plötzlich ist die da. Und plötzlich sehen die alle so aus wie man selbst. Und bei sowas wie Zweifel. Manchmal können so eine Sätze auch die Geister sein, die man ruft. Und die man auch gar nicht mehr los wird. Und das habe ich mich gefragt bei euch. Also ob es, ob dann manchmal, also gerade wenn man das so lange macht. Und wenn man sagt, wir sind ja nun mal die Zweifler. Ja. Und dass einen das eben nicht hindert. Also das ist ein Satz, dass der doch nicht zu groß wird. Das eine ist das im Außen. Die Jugendbewegung, das hat man ja gar nicht so sehr im Griff. Und das andere ist ja das Innere. Dafür ist es halt dann doch ein Song. Also es ist ein Song und als solcher ein Kunstwerk und keine Lebensmaxime. Okay, da unterscheidest du. Ja, das würde ich schon sagen. Das ist, was wir anbieten, sind Songs und ästhetische Erfahrungen, die man mit Songs machen kann. Aber es sind keine Lebensweisheiten in diesem Sinne. Weil dafür sind die Songs auch in sich zu widersprüchlich und permanent in irgendeiner Art Konflikt oder Widerstreit oder vielleicht auch, wie nennt man das? Ja, widersprüchlich. Als dass man die jetzt als Sprichwörter und wenn dann nur als Sprichwörter aus der Hölle verkaufen könnte. Also daraus eine Lebensweisheit zu ziehen, wäre, glaube ich, fatal. Wobei ich natürlich dieses im Zweifel für den Zweifel ja auch, finde ich für mich an manchen Stellen wirklich wichtig zu sagen, ja gut, das hilft mir als Lebensweisheit, aber zumindest als Wegweiser oder Lebensweiser. Das gebe ich jetzt nicht nach dem Tokotronik-Lebensbezug. Ja, das meinte ich damit. Ja, ja. Nein, das ist aber an manchen Stellen zu sagen, nee doch, das ist ganz gut, dass man hier nochmal zweifelt. Ja, natürlich. Also ich meine Skepsis, Kritikfähigkeit, eine genaue Analyse, ein genauer Blick, nicht alles nachplappern, das sind natürlich schon wichtige Fähigkeiten. Finde ich mich auch. Bei dem Song ging es natürlich auch ein bisschen darum, etwas zu bejubeln oder zu affirmieren, was einen oft quält. Denn als Künstlerin kennt man das, man ist oft vom Zweifel gequält. Also ich finde das zumindest, ist das denn, was ich da mache, gut? Ja. Oder ist es Mist? Dann könnte man ja sagen, dieser scheiß Selbstzweifel nervt so dermaßen bei der Kunstproduktion. Und wenn man aber sich hinstellt und sagt, das umarme ich jetzt mal und sag mal, nee, nee, das ist schon ganz gut, dass es den gibt, weil der hat auch eine produktive Kraft, dieser Zweifel und diese Skepsis und diese Kritikfähigkeit. Und bewahrt einen vielleicht auch oft vor Schlimmerem. Und so ist das so ein bisschen gemeint. Es gibt bei uns oft diese Drehs, dass Dinge, die man eigentlich als unangenehm empfunden oder als unangenehm empfunden werden können, bejubelt werden oder so. So eine Umkehr der Verhältnisse hervorzurufen. Wer zu viel zweifelt, kommt ja nie an, weil man nie weiß, ist das jetzt der richtige Weg oder nicht. Wenn man zu viel zweifelt, kommt man nie an. Ja, das stimmt. Oder das ist entscheidungsschwach. Ja, das ist schon, unter was ich sehr leide. Entscheidungsschwachheit? Ja. Okay. Aber kennst du das Gefühl, irgendwo angekommen zu sein? Also ich hatte, als ich vor 20 Jahren nach Berlin gezogen bin, das Gefühl, angekommen zu sein, ganz stark. Aha. Weil ich komme ja immer aus Offenburg, bin dann erst nach Freiburg gezogen. Das kannte ich schon. Da habe ich da so ein bisschen rumstudiert. Dann bin ich nach Hamburg gezogen. Und Hamburg war so unglaublich wichtig für mich, eben weil ich da Jan und Arne kennengelernt habe. Und in diese Hamburger Schule Musikszene reinkam, was ich mir nie zu träumen gewagt hatte. Und wir unseren Plattenvertrag mit Lars Storr bekommen haben, ein wichtiges Label für genau diese Art Musikrichtung damals zu der Zeit. Man kann sich daran erinnern. Aber ich hatte nie das Gefühl, wirklich da angekommen zu sein. Dafür ist Hamburg doch eine Stadt, die vielleicht ein bisschen, obwohl ich sie wirklich liebe und auch immer noch heiß und ähnlich liebe, ein bisschen zu hermetisch ist oder so. Also der Süddeutsche in Hamburg, das ist vielleicht schwierig. Und als ich dann mich entschloss, nach Berlin zu ziehen, da hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin total angekommen. Und ich habe Berlin in der Zeit vor allem Ende der 90er, Anfang der Nullerjahre und eigentlich die ganzen Nullerjahre hindurch so geliebt, dass ich immer dachte, wann immer ich wieder zurückkomme nach Berlin, von Natur oder von Reisen oder so, dass ich dachte, ich bin zu Hause, das ist meine geliebte Stadt Berlin. Also da hatte ich das Gefühl ganz stark. Ah, interessant. Also weil ich auch bei den Texten natürlich ganz oft eigentlich so an Natur bei dir denke. Ja. Und ich habe mich immer gefragt, wann zieht der denn eigentlich mal raus aufs Land? Aber da gibt es nicht so viele Galerien, glaube ich. Ich habe eine Wohnung auf dem Land gemietet mit Freunden, die wir so abwechselnd wohnen. Das ist tatsächlich, da wäre ich jetzt drauf gekommen. Jetzt merke ich aber, nachdem ich Berlin so geliebt habe und leider es sich auch ein bisschen und nicht nur zum Guten verändert hat, und dass ich diese Sehnsucht nach dieser Natur und nach dem Draußensein und dem eben nicht Hektischen und diesem Trubel extrem genieße. Also wann immer. Ich mache das nicht so oft. Und wenn ich dann ein bisschen draußen bin, finde ich das enorm erholsam. Und auch wirklich wichtig. Und auch die Erfahrung, die man machen kann angesichts des Naturschönen, sozusagen, wenn man da irgendwie einen Weg entlang läuft und da blühen Blumen oder irgendwie ist das ein tolles Tal oder der Duft der Bäume oder irgendwie sowas. Das hat einen höheren Stellenwert für mich bekommen, im Gegensatz zum Kunstschönen sozusagen, was noch vor 15 Jahren für mich total wichtig, viel wichtiger war, wo ich gesagt habe, diese Natur, das interessiert mich nicht so. Aber es ist komisch, wie man sich verändert. So anzuerkennen, dass das jetzt dieser Berg an sich das schönste Kunstwerk ist. Einfach, dass man das als so eine Erfahrung macht und man das Gefühl hat, das ist toll. Wie du sagst, das sind so Sachen, dieses Spazieren und Wandern. Das kommt irgendwann. Ja, irgendwie. Ich fand das schon immer schöner. Ich hatte schon immer ein Faible dafür, aber dass man das für sich als so wichtig erachtet, hätte ich nicht gedacht. Dass du es als Hobby benennst sogar. Ja, also Hobby. Da würde ich jetzt zu weit gehen. Ich bin kein Hobbywanderer oder Spaziergänger oder so. Aber ich finde es eine schöne Betätigung und ich merke, dass das mit steigendem Alter wichtiger wird. Das muss ich schon sagen. Und auch dieses Aus-der-Stadt-Herauskommen. Das Grundthema immer wieder bei dir ist Verwandlung, Metamorphose, Veränderung. Weißt du, wo du dich hin verändern willst noch? Kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich dir für die Kraft habe. Ich weiß es nicht. Das weiß man nicht. Manchmal ist man ja auch resigniert und denkt, vielleicht kann ich das gar nicht mehr oder weiß es nicht mehr. Und dann geht es trotzdem weiter oder so. Also ist es, dass diese Verwandlung oder die Metamorphose gar nicht so selbstbestimmt ist, sondern einfach passiert? Ja, oder man braucht dafür ja auch einen gewissen Willen oder eine gewisse Bereitschaft oder so. Und manchmal ist man ja einfach so, also ich hatte das jetzt während dieser ganzen Pandemiezeit schon, dass ich das Gefühl hatte, ich kann die Zeit jetzt gar nicht nutzen, um so, ich bin irgendwie lethargisch oder so. Also ich kenne das natürlich schon auch. Und natürlich hat man Angst, dass so ein Zustand langfristig anhält. Diese Lethargie. Ja, natürlich. Das kennt, glaube ich, jeder, auch der Hörerinnen und Hörer jetzt während dieser, dieser doch sehr außergewöhnlichen fast zwei Jahre, dass man so das Gefühl hatte, so, das ist so ein Wechselbad der Gefühle. Nun kommt man irgendwie wieder raus, man ist irgendwie euphorisch und hat aber Angst, kann man das überhaupt erfüllen? Also ich weiß, dass ich im Sommer diesen Jahres so eine Tour gemacht habe mit Toko an so Pandemie-Konzerte gegeben habe, bestuhlt oder Picknick-Konzerte, Picknick-Konzerte oder so. Und ich war im Vorfeld, dachte ich so, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch kann, weil ich habe mich so eingekapselt gefühlt gehabt und dachte so, dann kriege ich gleich Rückenschmerzen oder sonst irgendwas. Und natürlich hat das funktioniert und es hat einen total beflügelt und so, aber man hat ja jetzt wieder so ein bisschen das Gefühl, man kommt wieder in so eine Phase der Einkapselung, der Winter kommt, Inzidenzen steigen. Ich finde, das macht schon sehr viel mit einem. Ja, voll. Und so meine ich ja nur, kann man ja nicht vorhersagen, was wird noch so passieren? Gibt es irgendwelche körperlichen Gebrechen oder Beeinträchtigungen, die man hat, die es einem schwer machen? Und die es schwer machen, sich zu verwandeln und weiterzukommen. Das kann ja alles sein. Das weiß man ja nicht. Da hat er sozusagen der Zweifel in dem Moment, ob das so gelingen kann. Es ist, glaube ich, eher so ein Hang zum Antizipieren. Man stellt sich immer eher das Schlimmste mögliche vor und ist dann erleichtert, dass es doch nicht eingetreten ist. Das zieht sich so ein bisschen durch mein Leben. Aber du hast ja erst gerade gesagt, dass du so von Hamburg und so weiter, dass du davon geträumt hast, dass das so passiert und dass du dann so, ja, und dann hast du diese Leute kennengelernt und das Label und so weiter und so fort. Und es ist ja auch schon ein ganz klares Träumen und sich eigentlich auch hinverwandeln wollen. Ja. Und das meinte ich, also das ist, und manchmal gibt es das ja, dass man sich irgendwo hin noch verwandeln will und denkt, also ich kann mir nicht… Man hat das schon geträumt oder man verwirklicht einen Traum durch diese Verwandlung. Genau, genau. Und das meinte ich damit, aber das hast du aktuell scheinbar nicht. Nee, eigentlich nicht. Aber das ist sehr phasenabhängig. Wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung, also das Release eines Albums. Und dieses Album haben wir im November letzten Jahres in musikalischer Hinsicht abgeschlossen. Da wurde es gemixt und gemastert. Und es war nicht ganz leicht, das Album zu machen. Es war ein schwieriger Prozess, wie es immer ein schwieriger Prozess ist. Aber es wird auch immer schwieriger, weil die Ansprüche auch steigen. Und dann haben wir jetzt Zeit gehabt, das Artwork zu machen und alles und das so und die Videos und so und das alles. Und jetzt steht man kurz vor der Veröffentlichung dieses Albums. Und das ist schon ein Moment, auf den man sehr hingearbeitet hat, weil das Album ja natürlich durch die Pandemie auch verzögert wurde. Es sollte eigentlich im Januar schon diesen Jahres erschienen. Dann sollte es mal im Sommer diesen Jahres erscheinen. Dann sollte es mal im Herbst diesen Jahres erscheinen. Jetzt erscheint es im Januar nächsten Jahres. Und da kann man noch nicht so in die Zukunft blicken. Man ist so glücklich, dass man dieses Ding jetzt mal abgeschlossen hat und dass das überhaupt irgendwann mal rauskommt. Also ist es ja bei Künstlern ganz oft, wenn die sowas vor, wenn die was so haben, dann gibt es ja so eine Mischung aus, also gibt es so dieses Gefühl, entweder Scham, Angst oder auch Selbstüberschätzung manchmal. Ja. Welches Gefühl hast du gerade? Also Scham ist es nicht. Selbstüberschätzung ist es aber auch nicht mehr. Das hat man kurz nachdem ein Album fertig ist und man hört das die ersten paar Male nur so für sich. Und dann denkt man, das ist das genialste Album. Das ist wie ein Mensch auf dieser Welt. Und das verfliegt aber dann glücklicherweise ziemlich schnell diese Hybris. Und naja, wie gesagt, da ich ein ängstlicher Mensch bin, habe ich oft Angst, ob das denn auch hoffentlich gut ankommt oder ob es einem nicht um die Ohren geschlagen wird. Dann hilft natürlich das Auflösen. Ja, eine Strategie dagegen kann sein, sich immer wieder zu sagen, du bist nicht so wichtig. Das ist nicht so wichtig, ob jetzt Kritikerin A oder B das Album gut findet oder nicht. Das klingt bekloppt und es klingt total wie eine, es klingt banal. Aber man muss sich das schon immer sagen, weil man als Künstler so egozentriert ist, dass man denkt, da schreibt jetzt einer in den Pose-Muckeler-Nachrichten, das Album ist scheiße, ich stürze mich vom Balkon. So schlimm ist es. Um uns bestellt. Und das muss man ganz vehement bekämpfen. Deswegen immer ins Erdgeschoss ziehen als Künstler. Und ich glaube, das wird mit dem Album auch nicht passieren. Es ist auch im Augenblick kein Leidensdruck vorhanden. Aber diese Ängste hat man doch. Kennst du das nicht? Du hast doch auch sehr lange Musik gemacht. Diese Ängste vor, sind das tiefe Ängste vor Zurückweisung? Naja, letzten Endes ist das, dieser Kern, glaube ich, ist das, was ich erst vorgelesen habe. Du sehnst dich nach, also das ist ja die Frage, sehnt man sich nach einem Spiegel? Sehnt man sich nach einer Hand auf der Schulter? Nach was sehnt man sich eigentlich gerade? Das ist wahrscheinlich, was es auch immer ist. Und ich glaube, dieses Gefühl kommt von einem Mangelgefühl. Von einem Mangel an Selbstwertgefühl wahrscheinlich, ja. Und woher der auch immer kommt. Also ich habe hier mit Andrea Petkovic gesessen, der Tennisspielerin, und sie erzählte was von einem Mangel. Und ich sagte, aber das stimmt doch eigentlich gar nicht. Und dann sagte sie, ja, stimmt. Habe ich dann auch gedacht, aber dann war das Buch auch fertig. Und es ist manchmal, bildet man sich das auch ein. Manchmal sind das die eigenen Geschichten, die man so hat. Die Angst vor dem Keller und all das. Und manchmal ist es aber auch genau das Benzin, was man braucht, um zu schaffen und auch zu sein. Und ich glaube, jeder, für manche ist es Angst, für manche ist es was anderes. Aber ich glaube, irgendwer hat es so eingerichtet, dass wir am Leben bleiben. Und vielleicht ist es das, was dich dann immer wieder in den Küchentisch bringt und die Akustikgitarre holt. Ja, möglicherweise, ja. Aber Sportler, das finde ich, deshalb habe ich so aufgenommen, finde ich es natürlich extrem interessant. Was bringt Sportler dazu, ihre Sportlerinnen, ihre Leistungen zu erbringen und diese unglaubliche Schinderei? Ja. Was ist das? Ist das auch, geht das da um eine Grenzüberschreitung, Überwindung des eigenen Körpers? Oder ist es auch der, ist es Ruhmsucht oder ist es der, wie bei Künstlerinnen, ist es also der Wille zur Anerkennung oder so? Dass die Leute sagen, die Andrea Petkovic ist die Weltranglisten, so und so viel oder so. Interessant, ich finde es bei Sportlern wahnsinnig interessant. Dirk, ich habe noch drei ganz schnelle Fragen bis Ende. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Oh, das sind immer solche Fragen, das kann ich nicht beantworten. Das weiß ich nicht, was die anderen über mich denken und denken die überhaupt über mich was. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Du kannst auch langsam antworten. Ich sehe, du hast Erfüllungsdruck. Nein, 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 nein. Ich habe angefangen, ich muss ein bisschen auf meinen Rücken abgeben. Ich habe vor anderthalb Jahren sehr starke Rückenschmerzen bekommen aus heiterem Himmel. Das ist sehr unangenehm. Da fühlt man sich sehr alt. Und ich mache jetzt immer so Yoga mit Mady Morrison bei YouTube. Das finde ich ganz toll. Und dann lerne ich das so ein bisschen. Ja, die würde ich auch so gerne mal interviewen. Aber die hat immer abgesagt. Ja, die muss eine millionenschwere Yoga-Influencerin sein. Ja, und ich finde das total interessant. Meine Frau liebt die auch. Und es gibt ganz viele Menschen, die die so lieben. Sie hat ein ausgesprochen entzückendes Wesen. Ja, irgendwie schon. Da ist das immer so, hallo ihr Lieben, hier ist Mady. Und im Hintergrund sitzt manchmal so ein Hund rum. Ja. Da hat sie so einen Hund und dann denkt man so, das ist, und da kann ich so aus der Vogelperspektive auf mich drauf gucken. Und wenn ich da so vor dem Fernseher sitze und YouTube-Yoga mit Mady Morrison mache, das ist ein bisschen lächerlich. Aber es ist auch ein ganz schöner Lernprozess. In meinem Bild ist wirklich, danke für dieses schöne Bild. Du hast schon über ein paar Bücher gesprochen. Vielleicht sozusagen, wenn man hier fertig ist, den Podcast gehört hat, alle Reflektorfolgen auch durchgehört hat von Jan. Welches Buch würdest du empfehlen, sollte man unbedingt gelesen haben? Welches Buch man unbedingt gelesen hat? Oder welches Buch du oft verschenkt hast? Oft verschenkt habe ich in letzter Zeit ein Buch von einer amerikanischen Autorin, die heißt Saida Hartman oder Sadia Hartman. Und das heißt Wayward Lives, also unangepasste Leben. Und das ist ein Buch, was mich sehr erschüttert und bewegt hat. Es ist nämlich eine Geschichte von schwarzen Menschen ungefähr 20 Jahre nach der Aufhebung der Sklaverei in Amerika. In dem, was man später dann als Ghettos bezeichnet. Also in schwarzen Stadtvierteln. In Chicago, wo ich nicht weiß, wie das da heißt. In New York, in Harlem, in der Bronx und so. Und in, glaube ich, Philadelphia oder Washington oder so. Und das Buch ist so eine panoptische Beschreibung dieser Menschen, Einzelschicksale, die sie anhand von Fotos und Zeitungsausschnitten recherchiert und sich angeeignet hat und deren Geschichten sie schreibt. Ein bisschen so wie essayistische Literatur von W.G. Sebald, den kennst du, der auch mit Fotos gearbeitet hat und Geschichten von Leuten erzählt hat. Man weiß nie genau, ist es wahr oder sind es erfundene Figuren. Aber es ergibt so ein panoptisches Bild und das hat sie mit eben Leuten aus der schwarzen Community, auch Künstlerinnen und Künstlern, Sexarbeiterinnen, Leute, die ein anderes Verständnis von Familie und Community hatten als jetzt die weiße Bourgeoisie und so weiter und so fort. Und das Buch ist sehr, sehr schön und das habe ich ein paar Mal verschenkt tatsächlich. Also das mache ich dann, dass ich mir das irgendwie gleich fünfmal bestelle und dann denke ich, das habe ich dann so ein Stapel und wenn irgendwie so ein Anlass ist, kann ich das verschenken. Liegt aber im Augenblick jedenfalls nur auf Englisch vor. Vielen Dank. Die letzte Frage. Ich habe eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Ihre Vorstellungskraft ist vorhanden, sehe ich. Und du darfst entscheiden, was für alle Berliner und Berlinerinnen für eine Woche zu lesen sein wird. Naja, wir hatten gerade eine Plakataktion, die ich wirklich sehr schön fand, von der ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel wusste und ich selber von zufällig im Auto gesehen habe, das war zur Single Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Das war schon ein super Spruch, plakatiert zu sehen. Den können wir dann gerne auch am Alexanderplatz. Dann machen wir doch Jugend ohne Gott gegen Faschismus. Dann machen wir so ein bisschen Eigenwerbung, das muss auch mal sein. Das muss auch, ich hätte gedacht, dass du nie wieder Krieg drauf schreibst. Kann man auch machen. Du hast ja ein paar Plakatsprüche in der Hand. Ja, ich mag sehr gerne Plakatierung. Ja? Ja, ich finde das sehr schön. Das passt so in dieses Ding mit den Konzepten. Also wenn man einen Albumtitel hat und die Vorstellung, dass der dann überall so plakatiert wird, das finde ich sehr schön. Und ist es dann wichtig, dass man erkennt, dass es von euch ist? Ja, na klar. So weit sind wir bei der Auflösung und nicht. Nein, also das ist so, nein, es ist nicht so wichtig, dass man das erkennt. Es ist wichtig, dass man, dass es geil ist. Ja, natürlich. Ich weiß es nicht. Ich finde nur irgendwie, ich bin, du hast vielleicht gemerkt beim Gespräch, ich bin nicht ganz unskeptisch solchen Konzepten wie Erfolg und all sowas. Aber diese Plakate finde ich toll. Ich mag Litfaßsäulen, ich finde auch die Litfaßsäule ist eine tolle Auflösung. Auf jeden Fall. Und solche Plakaten, wenn ich finde, das sieht im Stadtbild einfach super aus. Ich gehe da auch gerne vorbei, mache manchmal gerne Fotos und ich finde es auch schön, wenn man da einen guten Satz sieht, also einen guten Werbespruch. Aber deswegen fragte ich, es gibt manche Werbung, da weiß ich überhaupt nicht, was das sein soll oder nicht. Und es gibt aber auch manchmal so Sprüche, die ich wirklich fürchterlich finde. Ja, natürlich. Ich denke, das geht gar nicht und so reg ich mich auf. Ja, natürlich. Das ist auch eine Belästigung. Genau, aber das finde ich eigentlich ganz gut. Also diese Art Belästigung finde ich gar nicht so schlecht, weil das ja auch sehr viel über die aktuelle Zeit sagt. Ja, ja, ja. Und wo sind wir? Ich habe neulich ein Plakat gesehen, wo drauf stand, Konsum hilft. Okay. Und da war ich so, war ich richtig sauer darüber. Ist wahrscheinlich auch provokativ. Ja, natürlich. Und dann bin ich da, Chapeau gewonnen und so weiter. Ja, 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 ja. Aber das ist eine Jugend ohne Gott gegen Faschismus, den nehmen wir gerne. Das ist eigentlich ganz schön. Also das habe ich selber im Vorbeifahren gesehen und hatte ganz vergessen, dass diese Plakataktion geplant war. Und war dann selber so, huch, was ist das denn? Ach so, ist ja von mir. Ja, das war lustig. Dirk, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Müsus. Sehr gerne. War eine große Freude, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits vielen Dank an die Hörerinnen und Hörer, dass sie sich die Zeit genommen haben, das ganze Palame anzuhören. Ja, tschüss, tschüss. Tschüss. Das war Dirk von Lotso. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Das sagt sich immer so schnell. Vielen herzlichen Dank und so weiter. Es ist aber wirklich, wirklich so gemeint. Denn dadurch, dass du zuhörst, kann ich das hier machen und kann hier eben große Poster-Jugendhelden wie Dirk von Lotso oder Farin Urlaub oder Campino treffen. Denn dadurch, dass ihr zuhört, kommen die auch hierher. Und während dieses Gesprächs dachte ich ein paar Mal, das gibt es echt nicht. Denn ich habe Tokotronik wirklich inhaliert. Ich saß stundenlang in meinem Zimmer, habe ihre ersten Alben gehört und versucht dazu, Gitarre zu lernen. Und jetzt saß er hier. Für mich ein sehr, sehr besonderer Moment. Wie schon am Anfang gesagt, ich hoffe, man hört das nicht zu doll, dass ich so ein Fanboy war. Aber es gehört eben dazu. Und das ist eben das große Privileg, was ich hier habe, dass ich Fan sein kann und dass ich eben meine Idole treffen kann. Also vielen, vielen herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an die Supporter, an die IHK, an Koro und an Frank. Denn dadurch, dass es hier Supporter gibt, Werbepartner, kann ich das ja auch so ausschweifend machen. Herzlichen Dank für die redaktionelle Unterstützung an Torben Becker, an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Und jetzt möchte ich euch auf eine Aktion und auf einen Verein hinweisen, den ich schon länger unterstütze. Und zwar ist das Viva Con Aqua. Es sind nur noch ein paar Wochen bis Weihnachten und ich könnte wetten, dass ihr noch nicht alle Geschenke zusammen habt. Genauso wie ich jedes Jahr aufs Neue. Verschenkt doch dieses Jahr eine Spende für sauberes Trinkwasser mit Viva Con Aqua statt Parfüm, Socken oder irgendwelche Kalender. Viva Con Aqua ist ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass alle Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Sie unterstützen Wasserprojekte und bauen Brunnen. Besonders aktiv sind sie in Uganda, Äthiopien und Nepal. Über 500 Millionen Menschen haben bisher noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Ihr könnt jetzt Viva Con Aqua unterstützen, damit sich das möglichst bald ändert. Eure Spende als Geschenk funktioniert so. Klickt einfach auf geschenke.vivaconaqua.org. Aqua schreibt man A-G-U-A. Dann einfach online auswählen, wofür ihr spenden wollt. Zum Beispiel gibt es da für 10 Euro ein Hygienekit oder Zugang für eine Familie zu einem sanierten Brunnen kostet 15 Euro oder eine Komposttoilette in Uganda. Ihr könnt es einfach selbst auswählen. Es gibt verschiedenste Optionen. Ihr spendet einfach und eine Spendenurkunde könnt ihr dann einfach unter den Weihnachtsbaum legen. Und die sehen auch sehr, sehr schön aus. Verschenkt dieses Jahr etwas, wovon alle was haben. Ich mache das auch. Vielen, vielen herzlichen Dank an Viva Con Aqua. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, es gibt eine Folge, die ich mit Micha Fritz, einem der Gründer, vor zwei Jahren aufgenommen habe hier im Hotel Matze. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Gute Nacht. Schickt mir gerne Fotos, wo ihr diese Folge gehört habt. Vielleicht seid ihr ja auch Tokotronic Fans und vielleicht habt ihr auch noch alte Fotos von euch in der Tokotronic Montur. Ich muss da mal gucken. Vielleicht finde ich das auch noch. Vielen, vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag euch. Vielen, vielen herzlichen Dank.